Es ist der 18. Juni 2020. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und der ist nicht alleine im Sendegarten. Mit ihm dabei, die beiden Sendegärtner Lars. Guten Abend Lars. Schönen guten Abend allerseits. Und Sebastian. Guten Abend Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Auf die Claudia müssen wir heute verzichten. Die kommt vielleicht später dazu oder gar nicht. Wir grüßen an dieser Stelle ganz, ganz herzlich nach Österreich. Und zu uns gekommen auf die Garten... Bitte? Claudia lässt aber grüßen ausdrücklich uns und alle Hörerinnen und Hörer. Oh, also sie ist verbunden mit uns. Das ist gut. Einen Gast haben wir auch dabei. So, ich wollte aus dem Tritt hier. Einen Gast haben wir auch dabei. Und zwar den lieben Herrn Zweikatz. Guten Abend Herr Zweikatz. Von dem lieben Herrn Zweikatz wage ich nicht die Rede. Nachbund. Der kostet extra. Darf ich das nicht sagen? Ist dir das unangenehm? Ja, pfff. Geschichtsrevisionismus kannst du jederzeit beginnen. Klar. Ich werde dir meine bitterböse Bucketlist abarbeiten. Na gut, ich meine, wenn du ein Bild von dir in die Welt bringen möchtest, was mit Liebeswürdigkeit nichts zu tun hat, okay. Dann kann ich mich natürlich auch neutraler verhalten. So soll es daran sonst nicht liegen. Ich will nicht deinem eigenen... Wie heißt das? Deinem Selbstbild widersprechen. Oh Gott. Das ist jetzt am Anfang schon schwierig. Egal. Wir kommen gleich zu dir, wenn wir auf der Gartenbank sind. Vorher müssen wir noch eben ein bisschen schauen, was denn hier so noch heute der Tag so mit sich bringt. Ich habe mal vorhin geguckt, was denn am 18. Juni grundsätzlich mal so los war. Denn ich hatte irgendwie im Sinn, heute wäre Tag des Angelns. Vielleicht wissen das ja einige Petri Jünger. Ich weiß es nicht mehr. Bei meinen Recherchen ist mir aufgefallen, dass am 18. Juni 1957 das Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts in der Bundesrepublik verkündet wurde. Ist das nicht schön? 57? Wenn man sich mal überlegt, 1957? 63 Jahre Gleichberechtigung Mann und Frau. Es gibt Menschen, die sind deutlich älter. Erstaunlich. Also entweder lügt die Wikipedia oder wir sind gar nicht so modern, wie wir denken, dass wir modern sind. Gut, das nur zum Tag. Und dann habe ich noch eine traurige Nachricht mitzuteilen. Und zwar kennt ihr vielleicht das Podcast-Angebot Schlaulicht. Das sind ja die drei Herren, die den Kinder-Podcast machen und den Kindern die Welt erklären. Und am 11.6., also gerade jetzt vor einer Woche, schrieb uns die Becky eine Nachricht. Huhu, zeichnet ihr heute oder morgen oder nächste Woche auf. Wie auch immer, vielleicht möchtet ihr in der nächsten Sendung an Olli erinnern, wenn ihn jemand gekannt hat, zum Beispiel beim Podcamp. Denn der Olli, der Olli Bechthold, einer der drei Schlaulichter, ist plötzlich und unerwartet verstorben. Seine Stimme ist also in die ewigen Archive eingegangen. Ja, wir haben ihn beim Podcamp, glaube ich, also ich habe ihn beim Podcamp kennengelernt und bei anderen Gelegenheiten auch. Wer Hörende vom Schlaulicht ist und vielleicht im Moment ein bisschen auf den Nachschub wartet, die haben gerade natürlich mit diesem Verlust zu kämpfen. Denken wir alle nochmal an den Olli, er ist nicht mehr da. Das ist jetzt der zweite, mir bekannte Fall, der aus dem Podcast-Land verschwunden ist. Dann gucken wir weiter, denn wir, das ist ja das, die Menschen, die sterben, die sind nicht mehr da und trotzdem geht das Leben weiter. Das ist ja so und deshalb machen wir hier auch weiter und kommen zur neuen Ernte. Und die neue Ernte ist diesmal ein bisschen kleiner. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht böse drum, weil ich mich beim letzten Mal mit dem Vorlesen und so weiter ja auch ein bisschen in Nesseln gesetzt habe. Wir denken an den Tweet von Marc, dem Amsterdam-Marc, wo ich nicht wusste, was er da eigentlich geschrieben hat. Aber ich habe mich informiert und werde nachher in den Blüten-Schätzen darüber kurz erzählen. Aber was ich eben gerade aus dem Briefkasten geholt habe, ist eine wunderschöne Postkarte vom Westkirchen-Andi. Nicht zu verwechseln mit dem Westküsten-Andi, das ist ein anderer. Oder nein, das ist derselbe, aber er wurde von Travis so genannt. Der Westkirchen-Andi hat uns eine Postkarte geschrieben, eine Podkarte vermutlich. Da sind zwei gezeichnete Bienen drauf und die eine sagt zu der anderen, warst du schon bei den Rosen? Und die andere antwortet, nein, ich bin der intellektuelle Typ, ich war bei den Studentenblumen. Und Andi schreibt dazu, hallo liebe Sendegärtner, bei dieser Karte musste ich gleich an euch denken. Keine Ahnung warum, Smiley. Danke für die vielen Stunden Unterhaltung, macht weiter so. Viele Grüße aus dem Münsterland. Ja, da sagen wir doch mal ganz herstlichen Dank. Podkarten kommen immer gut an. Ich habe vorhin ein Foto gemacht, vielleicht kann ich das nachher auch mal vertwittern. In einer Pause. Wenn zum Beispiel der Lars den Kalender macht, habe ich ja vielleicht ein bisschen Zeit dafür. Sehr gut. So, jetzt aber lassen wir den Herrn Zweikatz, ich sage automatisch Zweikatz, Eris. Das ist völlig in Ordnung. Eris Tuck. Ist in Ordnung, du hörst auf den Namen Zweikatz inzwischen. Man hat dich darauf dressiert. Dann sollst du auch so heißen hier. Lassen wir ihn nicht länger warten und kommen wir auf die Gartenbank. Es ist der Fall eingetreten, dass der Gast der Sendung besser vorbereitet ist als die Hosts, als die Gastgeber. Jedenfalls, wenn ich den Worten von Herrn Zweikatz glauben darf, der eine große Bucketlist mitgebracht hat, die er hier ausbreiten möchte. Da bin ich ehrlich gesagt richtig neugierig drauf. Aber ich fange mal an mit der schlichten und einfachen Frage, warum heißt du Herr Zweikatz? Oh, das ist doch noch geheim. Also mit Herrn Zweikatz habe ich meinen Frieden gemacht, spätestens nachdem die Alex für mich den Doppelmounds für sich entdeckt hat. Das wäre nämlich auch noch so eine Überlegung, dich Mau Mau zu nennen, aber okay. Oh, den hat er noch nicht gehört. Deine Freundlichkeit verderben. Ich dachte, das hätten wir schon etabliert. Nein, alles gut. Es gab eine Zeit in meinem Online-Dasein, wo ich gewohnheitsmäßig einfach mal so einmal im Jahr den Namen, die Identität gewechselt habe. Und das habe ich dann immer so inkrementell gemacht, immer so ein ganz kleines bisschen. Und ich glaube, dass vor dem Aristocats war Epistokrat. Und auf dem Aristocats bin ich dann irgendwann hängen geblieben, weil das im Podcast-Bereich, das fing ungefähr um die Zeit an, einfach nicht mehr so richtig opportun ist, sich ständig neu zu erfinden. Aha. Von daher? Ab welchem Alter war das? Wann hört man damit auf? Sieben, acht Jahre jetzt her oder so? Also ich dachte, das ist jetzt so ein Moment der persönlichen Reifung. Dass man sagt, so ab 30, hier, Herr Börl, Nikolaus Börl von Methodisch Inkorrekt, ist ja auch so, hat sein Nickname abgelegt bei Twitter und nennt sich jetzt Real. Also, dass man da so sagt, ja, irgendwann ist man raus aus dem Alter. Ja, das war mir so eine Situation von, und jetzt gucke ich mal danach, dass Leute mich einfach nicht mehr wiederfinden, wenn sie nach mir suchen. Ach, du wolltest das so? Ja, ja, ich habe da sehr viel Zeit in Diskussionen mit erzkonservativen christlichen Foren verbracht. Ja, du, da haben sich schon einige organisiert, um irgendwie immer wieder mal zu gucken, wie sie jetzt gegen die Typen vorgehen, in meiner Person. Da gab es wirklich Fälle von, da wurden Akten über mich angelegt und Bewegungsprofile, dass ich immer wieder mal angeteasert habe. Ich glaube, ich würde jetzt Theologie studieren, hat es nicht besser gemacht. Ich habe ein sehr intensives Leben geführt in dieser Welt. Das klingt so, was in viele dunkle Ecken der Welt reingeguckt. Das ist wahr. Mein persönlicher Favorit war immer noch, der Begriff Jesus Freaks ist ein Begriff, nehme ich an. So diese quasi, die Jugendbewegung der Neuevangelikalen, die dann irgendwie so mit, wir veranstalten coole Musik und dann finden uns alle cool und dann kommen sie alle zu Jesus. Die hatten seinerzeit eine Webpräsenz in Deutschland, die so ein bisschen stiefmütterlich gepflegt war. So stiefmütterlich, dass ich und irgendwie so vier, fünf Gleichgesinnte die übernommen haben, ohne dass sie es gemerkt haben. Also irgendwann hat einfach keiner von denen mehr Lust gehabt, in diesen Chat oder in diesen Foren unterzukommen und wir waren da allerdings jeden Tag. Und wann immer irgendjemand für sich entdeckt hat, Mensch, sag mal, was machen eigentlich die Jesus Freaks in Deutschland gerade, sind sie da reingekommen und trafen auf uns. Und zwar Nachbarschaftshilfe quasi. Ah, okay. Ja, kann man auch so sagen, klar. Und was habt ihr gemacht? Habt ihr dann von 13 Aposteln geschrieben oder was? Ach, also für uns war das ja wirklich so, wir halten Kontakt, also wir haben uns da ganz normal unterhalten und da kamen immer wieder Leute ran, die sagen, hallo, seid ihr auch alle errettet? Und da war das ein bisschen Tageslaune. Also in der Regel sind wir sehr zivilisiert mit den Leuten umgegangen und haben sie erstmal eine ganze Weile lang im Unklaren darüber gelassen, dass sie hier mit dediziert nichtgläubigen oder andersgläubigen Personen zu tun haben. Und dann war halt immer die Frage, fühlen sie sich trotzdem wohl oder nicht, aber da gab es schon seltsame Situationen. Es gab da eine Person, die ist immer wieder reingekommen und ich weiß nicht genau warum, aber die hatte irgendwie, die hatte so einen Fetisch für sich entdeckt, einfach da hinzukommen und sich wie eine offene Hose zu benehmen, die Leute anzumaulen, aber durchaus sich selbst als wiedergeborene Christin verstehend, also da sah sie keinerlei Widerspruch. Und irgendwann mal hatten wir, als wir da so zusammenhockten, überlegt, es gibt doch so verschiedene Diskussionsarten oder Diskussionsführungsmechanismen. Wie sieht das denn aus, beispielsweise, wenn wir beschließen, im Gespräch miteinander widersprechen wir uns jetzt einfach grundsätzlich nicht mehr, sondern wenn jetzt einer von euch sowas sagt wie, schönes Wetter draußen und ich gucke draus, es regnet aber, dann kann ich vielleicht sowas sagen wie, ja, gut, dass du das sagst, wenngleich oder so, einfach darauf aufbauen. Und dann, als wir da so eine Stunde damit experimentiert haben, kam diese ultra-rechtskonservative Christin dazu und fing ihre übliche Tirade an, dass wir alle in der Hölle landen werden und wir haben das weiter durchgezogen. Oh. Für sie war es wahrscheinlich irgendwie der Tag ihres Lebens, aber ich habe damals viel über die Menschheit gelernt, als sie feststellte, das führt jetzt nicht dazu, dass sie sich so ein bisschen selbst runter moderiert, sondern die hat einfach nochmal eine Schippe draufgelegt. Okay, das wäre im Idealfall anders zu erwarten, ne? Im Prinzip so eine Selbsterkenntnis selbst, ja, wie du schon sagst, runterkommen und vielleicht merken, die meinen, also hier muss ich mich gar nicht so präsentieren, so kämpferisch, weil mein Gegenüber ist eigentlich sehr entgegenkommend, da kann ich vielleicht auch ein bisschen lockerer lassen. Theoretisch funktioniert das ja, Deeskalationsstrategien und so weiter, aber praktisch vielleicht nicht immer. Ich will jetzt keine Glaubensgemeinschaft wissen, aber die Erfahrung aus den Jahren damals ist eher, dass das nicht der Fall ist. Es gab so ein drolliges Forum, auch aus derselben Feder quasi, und damals, das war ganz, ganz seltsam, wenn du so evangelikale Christen, also alles, was so diesen Missionscharakter atmet und alles aus den USA in sich aufsaugt, was man so machen könnte, da hast du in der Regel viele Differenzen zwischen, schon innerhalb dieser, der einzelnen Denominationen. Und dieses Forum hat das dadurch gelöst, dass sie eine strenge Tone-Pullis eingeführt haben. Also die waren sich darüber im Klaren, du hast da die Katholiken, du hast die Ansgar-Leute, du hast die Charismatiker und irgendwie musst du dafür sorgen, dass sie sich nicht gegenseitig den Köpfe überblutig hauen in dem Forum. Und was sie halt gemacht haben, es gab so drei Regeln und eine davon war halt die maßgebliche, du darfst niemandem seinen christlichen Glauben absprechen. Dieses Forum tickte wirklich komplett anders, da waren die Uhren wirklich komplett verstellt. Ich habe Leuten immer wieder mal von den obskuren Geschichten da erzählt und die wollten das alle nicht glauben und diverse meiner Freunde und Bekannten haben sich dann irgendwann auch mal in diesem Forum angemeldet und da waren irgendwie Anwälte dabei, Stadträte, Wissenschaftler, Kindergärtner und alle sind dort innerhalb von 24 Stunden rausgeflogen. Oh. Weil die einfach nicht mit diesem Duktus klarkamen. Wenn man sich da einmal reingewöhnt hat, dann konnte man das so ein bisschen, ja, pieksen. Also ich habe es, glaube ich, geschafft, dass drei Leute aus diesem Forum verbannt wurden, weil sie mir als wirklich dediziert nichtgläubigen Christen das Christsein absprechen wollten. Moment, du bist ein nichtgläubiger Christ. Was ist das denn? Ja. Ob das Wasser oder was? Also man kann mich im Prinzip als Christen bezeichnen, aber es wäre dreckig gelogen. Ich glaube, zu der Zeit, das war noch, wo ich tatsächlich in dem Deutschen Arbeitskreis der Heiden im Vorstand war. Du hast ja wirklich schon einiges erlebt. Großartig. Der Deutschen Arbeitskreis der Heiden. Mein persönliches Lieblingshighlight, ich weiß nicht, ob ich das schon mal, ja, hier habe ich es natürlich nicht erzählt. Ach, erzähl doch mal, wir sind ja unter uns. Ja, gerne. Im Jahr 2000, die Älteren werden sich erinnern, gab es in Hannover, glaube ich, die Expo 2000. Großes Ereignis. Und da gab es diverse Pavillons von allen möglichen Leuten, die auf der Expo vertreten sein wollen. Und es gab einen christlichen Pavillon. Das war der Pavillon der Hoffnung in so einem Holzwal geformt. Großes Ding, da war ich richtig stolz drauf. Und ich kann mich ja an und für sich mit Leuten gut verstehen, wenn man so eine gemeinsame Grundlage findet. Ich provoziere jetzt auch nicht einfach nur das Provozieren, sondern langer Rede, kurzer Sinn. Ich wurde von der christlichen Internetagentur e.V. damals eingeladen, um in diesem Pavillon der Hoffnung an einem Promotion-Video für diese Internetagentur teilzunehmen. Und ich sag mal, Spoiler Alert, das haben die bitter bereut im Ende. Obwohl, du warst doch ein Hoffnungsträger, Mensch. Ja, ja, ich war ein Hoffnungsträger und hatte irgendwie, ich hab ja so jedes Access-Fahr rausgeholt, dass man sich vorstellen kann, irgendwie Pentagramm um den Hals und so ein Hexenkunst-Ausstellungen statt Bochum, ein T-Shirt. Und ich hab nämlich sehr gut mit der Filmcrew verstanden, die da einfach nur ihren Job gemacht hat. Die hatte aber mit der Sache an sich nichts zu tun. Ich muss mal so sagen, das Video, das dahinter herausgekommen ist, ich bin nicht unzufrieden mit dem Ergebnis. Wurde es denn je veröffentlicht oder gleich in die? Ja, ja, natürlich, das konntest du in dem Shop da kaufen, auf VHS-Kassette damals noch. Ach du Schreis. Und hast du Fragen, was treibt dich dann so in so einen Chat? Es ist hauptsächlich Bildungsarbeit, Aufklärung, Missverständnisse abbauen. Das war schön. Der Aufklärer unter den Christen. Ist ein schmutziger Job einer, muss ich nochmal tun. Wobei, ganz ehrlich, mittlerweile, heutzutage, an meiner Einstellung hat sich nicht viel geändert. Aber ich bin es dann irgendwann müde geworden. Das war halt wirklich eher ein Trupp von konservativen Menschen. Und zumindest rhetorisch, würde ich sagen, habe ich da damals so ein bisschen auch so meine Hörner abgestoßen. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, das ist schon ewig her. Und ich habe jetzt die Tage mal einfach nur aus Neugier geguckt. Gibt es die Seite eigentlich noch? Und ja, gibt es noch? Foren, ja, gibt es noch? Und wenn du da reinguckst, ich erkenne ungefähr ein Drittel der Benutzernamen wieder. Das sind immer auch die selben Leute wie damals. Und die Themen haben sich auch nur marginal verschoben. Also ich glaube, die ersten beiden Diskussionsthreads, die da aktuell liefen waren, muss man als Christ die AfD ablehnen und noch irgendwas in der Richtung. Also damals fehlte mir das Vokabular, aber das ist wirklich einfach. Aber die Frage ist vielleicht zu beantworten. Man muss als Mensch die AfD ablehnen. Und dann, wenn man Christ und Mensch sein will, dann geht das halt nicht zusammen mit der AfD. Also ist doch klar. Aber gut, wir wollen hier nicht politisch werden. Das sollen wir ja nicht tun. Achso. Ja, nee, also ich nicht. Ich nicht. Du kannst ja, du bist der Gast. Das hast du mir nicht gesagt. Achso. Nein, ich habe irgendwann mal gesagt, Parteipolitik oder so will ich hier eigentlich ungern haben, weil ich darüber einfach nicht genug weiß. Also ich bin nicht so nah am Tagesgeschehen dran, dass ich mir eine ehrliche Meinung leisten kann. Ich kann natürlich nachplappern, was ich irgendwie auf irgendwelchen Tweets gelesen habe. Und manches kommt mir auch komisch vor. Ich könnte jetzt irgendwie über Laschet herziehen, weil ich irgendwas gelesen habe, dass er komische Würstchen im Rücken hat. Ja, ja, ja. Aber ich weiß nicht, was da passiert. Und bevor ich jetzt die Halbwahrheiten in die Welt posaune, halte ich lieber die Klappe darüber. So, das ist meine Meinung. Wenn du dich gut ausgänzt und eine gut begründete Meinung hast, warum nicht? Dann äußere sie ruhig. Also solange das jetzt nicht menschenverachtend ist oder die Würde verletzend ist, wird ja völlig in Ordnung. Nein, um Gottes Willen. Also ich bin ja eigentlich ein... Sagte der Nicht-Krist um Gottes Willen. Sag das Mädchen zum Matrosen, genau. Ja, ich bin ja total moderat. Also ich hätte da jetzt auch wirklich nicht 15 Jahre oder so in diesen Zirkeln da abgehangen, wenn einfach nur alles scheiße gewesen wäre und man sich mit den Leuten auch nicht versteht. Es gab ja... Das ist ja eigentlich immer im Leben so, egal wo du hinkommst, du wirst immer auf ein paar Leute treffen, mit denen du eigentlich ganz gut kannst und Leute, mit denen du eher so fremdelst. Und meistens ist es ja auch so ein bisschen so, dass die Leute, mit denen du dich gut verstehst, ähnliche Einstellungen haben. Also es gab da genauso Leute, mit denen ich mich prima verstanden habe. Ich habe mich viel privat mit Leuten getroffen. Aber das waren dann halt durch die Bank weg auch Leute, die in dieser Gemeinschaft dann auch so ein bisschen mit Argus-Augen beobachtet wurden. Ich werde so ein paar Sachen nie vergessen. Es gab in Münster, war das glaube ich. Es gab eine Frau in diesem Chat, die christliche Kriminalromane geschrieben hat. Okay. Mit dem Weinwasser ersäuft, oder was? Sie hat mir Vertrauen mal gesagt, der Mörder, einer der ersten, die in ihren Romanen immer sterben, ist der Pastor. Und die hatte dann irgendwann mal, die stellte so einen intellektuellen Blog quasi, stellte das da, als ich da reinkam. Sie und andere, die schon ähnlich tickten wie Sie, haben das dann auch so halt ein bisschen versucht zu moderieren. Die hat einmal im Jahr so ein Treffen organisiert von Leuten, die sie beruflich kannte, aber halt auch aus diesem Chat. So ein Networking-Treffen quasi. Ich war damals 18 oder so. Für mich war das alles brandneu. Und dann habe ich die halt besucht mit 20 anderen Leuten. Es gab ein paar Kinder, ihre eigenen und welche, die mitgebracht wurden. Und dann wurden die halt in den Nachbarraum geschickt. So die Erwachsenen unterhalten sich, als geht ihr nebenan spielen. Ihr Sohn, ich weiß nicht wie alt er war, acht, neun Jahre, stand da also mit einem Dreizack in der Hand und so ein Plastikkörnchen auf dem Kopf. Und nahm die anderen Kinder zum Spielen mit. Und ich dachte mir noch, okay, wird schon stimmen. Und als wir uns da unterhielten über, ich weiß gar nicht mehr was, waren wir so ein kurzer Augenblick Gesprächsstille. Und dann hörte man die Kinder so aus dem Nebenraum, ich weiß nicht wer von denen, rufen. Und dann müsst ihr alle sterben. Also es war witzig. Man hat sich mit Handchen auch echt gut verstanden. Ich wüsste einfach nur gerne, was das Ding geworden ist. Tja. Naja. Er ist übrigens einer der Gründe, warum ich mich heute weigere, an Podcasts zum Thema Religion teilzunehmen. Weil ich glaube, die Zeit damals hat mich so ein bisschen dafür verbogen, ergebnisoffen in so ein Gespräch reinzugehen. Zumindest also im Bereich Religion. Mhm. Ja. Aber eigentlich ist es ja ein bisschen witzig. Also einer der größten Vorwürfe, die nichtgläubige Menschen gläubigen Menschen machen, ist ja, dass sie missionieren wollen. Dass sie irgendwie von ihrer Erleuchtung erzählen und die verbreiten wollen und so weiter. Aber es ist manchmal andersherum genauso. Also dass Menschen sagen, ich glaube nicht an das, was ihr glaubt und ich möchte gerne euch davon überzeugen, dass er das auch nicht glaubt. Da stehen sich dann so zwei Missionsideen gegenüber. Statt man einfach sagt, du bist auf deiner Wolke glücklich und ich bin auf meiner Wolke glücklich. Lass uns doch gemeinsam am Himmel hängen. Ist doch schön. Warum geht das nicht so schlicht miteinander? Also das ist immer wieder so ein bisschen ein Rätsel, finde ich. Aber ich bin davon nicht frei. Also ich bin jetzt kein Musterbeispiel für Toleranz oder so. Ich reibe mich auch an den Andersartigkeiten der anderen. So ist das. Aber warum kriegen wir das nicht hin? Das ist so eine Grundfrage, die mich immer wieder begleitet. Ich biete dir an, das Gespräch in der Richtung nicht weiterzuführen, aber ich hätte da starke Meinung zu. Ich glaube, der Grund-Sündenfall in dieser Diskussion ist erstmal, dass auf der Seite der religiösen Menschen häufig von der Prämisse operiert wird, Leute, die nicht gläubig sind. Und es spielt in dem Fall gar keine Rolle, in welcher Religion nicht gläubig. Das ist aber der gemeinsame Fressfeind der Ungläubige, so die Antithese. Den wird erstmal unterstellt, dass das Nicht-Glauben ja auch eine Form des Glaubens sei. Sind wir explicit? Ja. Als ob das Nicht-Liebhaben auch eine Form der Sexualität wäre. Das was, nochmal bitte, habe ich nicht verstanden. Akustisch. Dass sich nicht gegenseitig liebhaben, sei ja auch nur eine Form des Sexes, ist da quasi. So formuliere ich das jetzt mal neutraler. Und ganz ehrlich, mir ist es völlig egal, welche religiöse Überzeugung irgendjemand hat. Insoweit mich das nicht berührt. Aber wenn denn dann mit der christlichen Überzeugung einer Agenda verfolgt wird, die, wir können das in den USA wahrscheinlich im Augenblick noch besser, ein Stück weit besser sehen als in Deutschland, wird halt ein bestimmtes konservatives Weltbild formuliert. Und jede Kritik daran, also wenn ich jetzt, wenn da irgendeiner der Meinung ist hier, aber in der Bibel steht, du sollst irgendwie die Hexe nicht leben lassen und dann hast du ein paar Leute im Esoterik-Bereich. Oder wenn das Verhältnis zu Homosexuellen oder Transsexuellen, gerade im evangelikalen Bereich, eher angespannt ist, dann betrifft das halt Leute, die mir wichtig sind und für die ich mich auch gerne einsetzen würde, weil es ja durchaus Sinn ergibt, da eine Stimme zu leihen, wo andere sie sich entweder nicht rausnehmen können, vielleicht stecken sie in der Gemeinde und sie verheimlichen ihre Situation und dann kommst du halt notgedrungen immer in Diskussionen rein, die du in Wahrheit gar nicht führen willst. Aber da geht es doch gar nicht um Glauben, da geht es doch einfach darum, dass man die Würde des Anderen nicht respektiert. Ja, schöne Idee. Das Problem ist... Ja, das wäre gut, vielleicht bin ich ja von der idealen Welt aus, aber der oder die Gläubige kann doch für sich die Welt oder was weiß ich, ich kann davon überzeugt sein, dass mein Gott, mein übergeordnetes Wesen innerhalb von sieben Tagen das alles geschaffen hat, was da jetzt so ist. Und sagen ich hier von wegen Evolution, das gibt es alles gar nicht, es hat irgendwann mal diesen göttlichen Funken gegeben oder da hat einer dem anderen Fleisch aus der Rippe geschnitten und den nächsten Menschen rausgebaut. Ja, meinetwegen kann ja jeder für sich diese Überzeugung haben. Nur wenn dann mein Tanzkreis sozusagen berührt wird, also wenn ich nicht mehr ich sein darf, weil der andere sagt, wie mein ich auszusehen hat, dann bin ich natürlich auch nicht bereit, diesen Übergriff, der in dem Moment stattfindet, dann zu tolerieren und schon gar nicht gegenüber Menschen, die sich dann dagegen nicht wehren können. Klar, da hast du völlig recht, dann kann man da nicht schweigen und die Stimme in Ruhe lassen, das ist natürlich klar. Aber ansonsten, wenn es ein in sich gekehrter Glaube ist und der niemanden außen irgendwie berührt, was juckt mich das? Ich glaube, wir haben aktuell immer noch in Hessen eine Bildungsministerin, die sich dafür ausspricht, dass religiöse Überzeugungen den Schulunterricht beeinflussen dürfen. Beispielsweise bei dieser Uralt-Diskussion in den USA ist das weitestgehend abgefrühstückt. Wir haben das eine Zeit lang gehabt, aber es ist in letzter Zeit auch nicht mehr so aktuell. Wie weit gleichberechtigt die Idee einer Schöpfung in der Schule als valide gelehrt werden soll? Dich gefolgt von der Forderung, die eigentlich immer damit einhergeht, wie sieht denn das eigentlich mit Homeschooling aus? Dürfen Leute ihre Kinder einfach der schulischen Zwangsgemeinschaft fernhalten, wenn sie der Meinung sind, das, was sie da zu hören bekommen, will ich nicht hören. Aber das ist gar nicht das Grundproblem. Das Problem meiner Geschichte ist eigentlich, dass die Leute, die diese Position vertreten, und wie gesagt, in Deutschland ist es weitestgehend die Minderheit, aber ich habe halt immer die Sorge, dass ich nur in die USA rübergucken muss, um zu sehen, was in zehn Jahren hier ankommt. Das Grundproblem ist eigentlich, dass die Leute, die so eine Position vertreten, per se jeder Diskussion unangreifbar machen wollen, indem sie sagen, ich kritisiere ja gar nicht sie, ich kritisiere die Religion. Auch wenn die Religion das so formal im Grunde nicht hergibt. Und an der Stelle ist das halt nicht mehr so einfach zu sagen, warum lasse ich nicht jeden so machen, wie er will. Naja klar, sobald das so eine gesellschaftliche Auswirkung hat, ist schon klar. Ich bin da sehr blauäugig unterwegs, das gebe ich ja gerne zu, weil ich mich auch diesen ganzen Diskussionen weitestgehend entziehe. Und einfach sage, ja, juckt mich nicht, interessiert mich nicht, macht euren Kram alleine. Grundsätzlich denke ich, wenn ein Mensch die Existenz einer höheren Macht für sich spürt, was auch immer das ist, ob es kosmische Energie ist oder ein Gott oder eine Göttin oder einen Elefanten oder eine Schildkröte mit irgendwas auf dem Rücken oder so und sagt, ich bin kleiner sozusagen als dieses Große. Ich akzeptiere, dass es irgendetwas gibt, was größer ist als ich und meinetwegen noch auf die Knie fällt oder so und für sich damit einen Frieden hat und sich nicht selber als das Maß der Dinge sieht, sondern sagt, da könnte ja vielleicht auch noch irgendwas anderes, was größeres, was höheres sein. Okay, ist doch nichts gegen einzuwenden. Ist mir im Endeffekt lieber, als wenn das jemand ist, der sich selber für das Maß aller Dinge hält und die anderen Menschen da deswegen tyrannisiert. Aber überhaupt habe ich was gegen Tyrannen, egal warum und was sie antrat. Also wenn jemand das Knie beugt für seinen Gott, seine Göttin, seine Überzeugung, seine Spiritualität, bitte, finde ich eher, muss ich sagen, positiv. Da brauche ich überhaupt kein Problem mit. Für mich selber hat sich das mit den Jahren, hat das nachgelassen. Ich bin katholisch sozialisiert, ich habe also diese ganze Katholikwerdung mitgemacht bis kurz vor oder kurz nach dem 18. Geburtstag und dann danach hat irgendwie eine Stagnation eingesetzt und in den letzten Jahren eine deutliche Abkehr, aber nicht der christlichen Gemeinschaft gegenüber. Ich bin in einem evangelischen Gospelchor, ich gehe in den Messen, ich kann diese ganze spirituelle Gestaltung einer Stunde, einer Andacht, eines Gottesdienstes und so weiter, der Einkehr, des Nachdenkens und des Reflektierens, was tun wir denn eigentlich hier und so weiter. Da kann ich sehr viel abgewinnen, aber ich kann jetzt nicht für mich sagen, da ist jetzt der Gott, der mir irgendwie auf die Finger guckt oder so. Das kriege ich irgendwie nicht mehr zusammen. Aber das heißt ja nicht, dass ich mit den Leuten nicht gut umgehen kann und wir haben kein Problem miteinander. Ja, wunderbar. Kurze Metaebene, das waren vier Zeilen in meiner 35-zeiligen Sendungsvorbereitungsliste. Entschuldigung. Okay, dann nerven wir jetzt die anderen, die sich vielleicht für solche christlichen oder überhaupt spirituellen Themen jetzt nicht so interessieren, nicht weiter damit. Dann kommen wir zu Zeile 5. Was steht denn auf Zeile 5 deiner eigenen Agenda? Bucketlist und Knäckebrot. Es hält sich ja hartnäckig die Aussage, der Martin Rützer, der ist total integer und er steht hart dafür, dass in seiner Sendung nichts geschnitten wird. Wie hoch hältst du die Chance, dass ich jetzt Knäckebrot neben mir liegen habe? Und jetzt willst du Geräusche machen, die uns hinterher die Ohren so kaputt machen oder zerstören, dass wir das rausschneiden? Ah, das steht ja nur auf meiner List. Ich wollte es einmal angesprochen haben. Raffiniert. Ich muss dazu sagen, relativ viel von dem, was ich aufgeschrieben habe, hatte implizit im Kopf, dass die Claudia mit Gästin Co-Moderatorin sein würde. Da haben wir dich aber ausgetrickst. 29 Punkte sind geradezu Staub zerfallen. Da fällt leider viel raus, sehe ich. Was hast du mit der armen Frau vorgehabt? Geht doch nicht. Wo willst du die kriegen? Als Schriftstellerin oder als Datenschützerin oder wo? Im konkreten Fall wäre die Podcastende Schriftstellerin das Thema gewesen. Und zwar, wir machen ja zusammen mit der Judith, dem anderen Martin und dem Stefan jeden Sonntag diesen Sunday Morning und kauen da so die seltsamen Nachrichten der letzten Woche durch. Und da gab es eine vor kurzem, die fand ich einfach so schön mit dem Hintergedanken, was man da mit der Claudia machen könnte. Und zwar, es gab, das habt ihr bestimmt alle mitbekommen, es gab Anfang des Jahres einen großen Eklat in der amerikanischen Romance Writers Association. Menschen, also die Versammlungen der Autorinnen und Autorinnen, die da so Groschen, Liebesromane schreiben, was erstaunlicherweise irgendwie der lukrativste Bereich in der Publikation von Schriften ist, wie ich jetzt erfahren habe. Und es gab es... Sehen wir uns nicht, also viele sehnen sich doch nach ein bisschen heile Welt. Du brauchst doch nur das ZDF-Programm anmachen. Das siehst du doch. Du hast einen Fernseher? Obwohl, das ist nicht nur Schrott, muss ich sagen. Ich habe in letzter Zeit ein paar Sachen aus der Mediathek gesehen, die mich echt überrascht haben. Da stand irgendwie so Herzschmerz sonstwas Kino dran und die waren gar nicht so übel, wie ich eigentlich befürchtet hatte. Es sollte nur so nebenbei laufen, aber ich war plötzlich doch gefangen. Also da muss ich tatsächlich auch meinen Vorurteilen ein bisschen wieder zurückrudern. Was ich die Tage gelernt habe und bis dato nicht kannte, sind dir schon mal Bücher in einem Regal oder so begegnet, die, wenn du drauf geguckt hast, das Papier von außen rot farbig markiert hatten? Nicht der Einband, sondern wirklich die Seiten. Sagt dir das was? Schon mal diese Kodierung? Nö. Das ist quasi der Henke-Code für Schmonzetten mit starkem, erwachsenem Fantasieanteil. Das ist quasi der Pornobereich unter den Liebesromanen. Eine Freundin von mir hat das nämlich irgendwie schränkeweise und da muss ich mal nachhaken. Aber ganz kurz, diese Romans Writers Association hatte Anfang des Jahres einen Riesenskandal. Das ist so ein bisschen, das Geschäftsmodell dieser Association ist, die ist eigentlich für Autoren und Autorinnen, die es noch nicht geschafft haben, publiziert zu werden, geschweige denn Geld mit ihrem Geschreibsel zu verdienen. Und diese Association verkauft dir quasi den Traum. So, werde bei uns Mitglied, mach die Seminare, reich deine Werke ein, gegen Geld natürlich und wir versprechen dir dafür, dass Leute, Menschen, die bereits den nächsten Schritt auf der Leiter geschafft haben, die schon davon leben oder zumindest einen Werbevertrag dafür oder einen Publishervertrag haben, geben dir dann eine konstruktive Kritik über deine Fanfiction. Und es ist ein Riesenmarkt. Es ist ein einziger Beschiss. Anfang des Jahres kam dann irgendwie raus, wie die eigentlich intern umgehen mit nicht-heteronormativen, mit LGBT-Leuten, mit Farbigen und dass das alles so ein abgekartetes Spiel ist und einfach nur dazu dient, aus den Träumen und Hoffnungen von Amateurschreibern Geld rauszutragen. Und da dachte ich mir, das erzähle ich der Jinx und das möchte ich bitte auch machen. Aber in Deutschland und mit Podcast. Ich wollte gerade sagen, gibt es doch schon. Also die Podcast-Coaches dieser Welt sind doch da, die erzählen dir doch, wie es geht. Die wissen genau, wie viele Minuten lang eine Episode sein darf und wo du sie veröffentlichen musst und wie du deine Hörenden ansprechen musst, damit es hundertprozentig funktioniert. Ist da schon mal jemand untergekommen, der gesagt hat, schick uns deinen Podcast und irgendwie einen noch zu bezüpfenden Betrag und wir sorgen dafür, dass du zumindest Kontakt zu Leuten bekommst, die dir dann helfen, davon richtig, ja doch, warte mal, hatten wir tatsächlich schon, sitzt in Berlin. Natürlich, der Medienhauptstadt. Allegedly. Und ich wollte das einfach, ich wollte das mal mit der Jinx durchkauen, ob man sowas nicht machen kann. Also ich kann mir vorstellen, dass Claudia da sofort begeistert mitmacht. Ja, ja, sofort. Bin ich mir sicher. Aber warten wir lieber ab, bis sie das selber kommentieren kann, bevor wir jetzt hier in Spekulationen über sie ergehen. Ich wäre mir ja jetzt froh, dass immer sie gerade ist, sie jetzt wirklich so, irgendwie es juckt unterm Auge, irgendwas stimmt nicht. Wenn wir ganz, ganz viel Glück haben, dann kommt sie irgendwie vielleicht nachher noch dazu geschneit, aber das war sehr unklar und also wir lassen uns überraschen. Der Kanal ist offen jedenfalls. Ja gut, das ist natürlich ein schönes Thema und mit Claudia sicherlich auch gut zu besprechen. Aber wir lassen uns doch erstmal ein bisschen noch bei dir bleiben. Ich hätte noch eine zweite Frage, also meine erste Frage war ja, wo kommt Aristocats her? Hat das mit dem Film auch zu tun? Oder ist das jetzt wirklich nur ein Wortspiel? Sowohl als auch. Das war halt schon als Anspielung darauf gedacht, aber keine tiefere Bewandtnis. Also ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe kurz danach einen Friseursalon gesehen, der heißt irgendwie Hair is two cuts oder so. Aua, da läuft mir gerade was über den Rücken. Nein, aber keine tiefe Bewandtnis, das ist nicht wirklich. Also Ere ist halt hier eine kleine Hommage an das Konzept vom Diskordianismus. Ah, ich habe es geahnt. Ich wollte noch das von Prittlerf raussuchen, da diese, wie hieß denn diese Messe, die er da mal aufgenommen hat? Kennst du das? Ja, kenne ich irgendwas mit Diskordianische Papst, Gottesdienst oder irgendwie sowas, ja. Habe ich danach irgendwann erfahren. Ich habe versucht, das irgendwie zu verstehen, aber es ist so weit an mir vorbeigelaufen, keine Chance. Also da werde ich nicht warm mit, geht nicht. Aber muss ich ja auch nicht. Du hast den Formen gesehen. Genau, das ist eben auch eine Form von Glaube und ja, geht ja so wie am Ende. Aber dann hast du ja noch einen Handel, Sun Rain, also Rhein. Oh Gott. Heißt das, dass die Sonne für dich scheint? Ist das wie in diesem Lied? Oder hat das damit nichts zu tun? Nein, überhaupt nicht. Daraus kann man jetzt so ein bisschen rückrechnen, wie lange ich eigentlich meine älteste E-Mail-Adresse habe. In den frühen Zeiten des Internets, als man seine Pakete noch an Steintafeln gemeißelt hat, fragte mich so ein Mail-Provider nach meinem, wie soll denn ihre E-Mail-Adresse lauten? Und dann, wie immer im Leben, wenn man sowas gefragt wird, so sagen sie mal was über sich selbst, sagen sie mal kurz spontan oder so, stehst du da mit dem Finger im Mund und sagst, boah, keine Ahnung. Und zu der Zeit war damals ein Spiel rausgekommen, auf das wir alle lange gewartet haben und das hieß Dark Rain. Und es war fantastisch, also da, die Karten konnten beliebig groß sein, das war nur begrenzt durch die Größe deines Arbeitsspeichers, also quasi the sky was the limit und ich hatte damals unglaubliche 32 Megabyte RAM und fühlte mich dann durch das Spiel doch so stark angesprochen und da kam ursprünglich der Name her. Das ist die ganze Geschichte. Dark Rain? Sun Rain. Dark Rain war schon vergeben. Ah, okay, ja, das ist natürlich sehr naheliegend, dass man dann einfach das Gegenteil davon nimmt. Sehr schön. Ja, ja, natürlich. Die Abenteuerstechnik sind da. Also du hast einen Nickname und einen, wie heißt das, einen Twitter-Handle und das ist noch nicht mal dasselbe. Also du bist reich gesegnet mit solchen Sachen. Aber das heißt, du bist schon länger, viel, 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 ganz lange in diesem Nerd-Universum unterwegs, wo die Menschen sich treffen, die mit Computern zu tun haben. Wie bist du hingekommen? Ja, mit der Muttermilch quasi aufgesogen. Mit der Muttermilch, den C64 getrunken oder was? Ja, mit dem C16 fing es an, aber der C64 war tatsächlich der erste eigene Rechner. Und damals war das ja noch so ein Ding, gebt euren Kindern mal Computer und wenn du dann siehst, wie sie da irgendwie drauf rumklicken und so, dann werden die später furchtbar beruflich erfolgreich sein. Und ja, so fing das an. Und so ist es geworden. Ja, zwischenzeitlich haben meine erziehungsberechtigten Eltern auf die Frage, was ihr Sohn denn eigentlich so beruflich macht, voll Stolz und Hingabe geantwortet, äh, so Computerscheiß. Von daher, äh, ja. Immerhin nicht irgendwas mit Medien, das ist doch schon mal gut. Entschuldigung, ich habe einen ehrlichen Job. Ähm. Oh je. Also ich habe es von Zeit zu Zeit geschafft, dass Leute, Strick auf der Bucketlist, ähm, ich habe es von Zeit zu Zeit geschafft, dass Leute mir, äh, Geld angeboten haben dafür, dass ich Dinge mit Computern mache. Ja, das ist schon ziemlich lange her. Ja, und sogar im Bereich der kritischen Infrastruktur. Also richtig da, wo es richtig, richtig wichtig ist. Ich sage dir, es war ein großer Tag in meinem Leben, als, äh, mein Arbeitgeber mir so einen Zettel ausstellte, wo quasi drinsteht, dass ich unglaublich wichtig für die Anstrengung der Bundesrepublik im Kampf gegen den Coronavirus bin. Und das Ding, äh, trage ich jetzt immer im Auto mit mir rum, falls mal einer fragt. Hat noch nie einer, aber ich bin bereit für den Augenblick. Äh, 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 was, also, was eröffnet dir dieses Schreiben? Ähm, äh, de facto. Welche Zugbrücke geht rauf, äh, runter, äh, öffnet sich, wenn, wenn du ihm es vorhältst? Ja, du lachst, ähm, also, das, das war, äh, irgendwann im Februar, äh, als es noch nicht absehbar war, wie dann jetzt eigentlich die, äh, Sofortmaßnahmen gegen diese Pandemie aussehen würden. Und das war für den Fall der Fälle, dass irgendeiner sagt, so, jeder darf sein Haus nicht mehr verlassen. Es sei denn, es gibt wirklich einen wichtig, wichtigen Grund. Und, äh, dann steht dann da drauf, äh, dass ich für das Funktionieren dieses Krankenhauses, dieser pneumologischen Fachklinik einfach unersetzlich bin. Du hast einen Passierschein, jetzt ist es aus. Ah. Ich hab damals tatsächlich, ähm, befreundeten Polizisten, äh, davon erzählt und der sagte dann knochentrocken, ja, leg das Ding mal nicht so weit weg, das kann auch wichtig werden. Also, äh, zumindest das Szenario ist da wohl auch nicht, äh, ungeplant geblieben. Von daher. Ja, gut, okay, ich meine, das haben wir ja in anderen Ländern, haben wir das ja gesehen, äh, ich glaub, die Franzosen waren, glaub ich, sogar, äh, als unmittelbare Nachbarn, äh, so, dass man, wie war das noch, irgendwie ein, pro Tag eine Stunde rausgehen durfte zum Einkaufen und den Hund rausführen, ansonsten aber nicht, außer man hat so einen Passierschein in der Tasche, ne, da war doch sowas. Ja, ich meine auch, ja. Also, weit weg war das nicht. Wichtig ist einfach nur, dass ich da, äh, ich meine ganz ehrlich, ich, ich, ich bin in der Verwaltung dieses Krankenhauses, äh, im Finanzbereich und ich glaube wirklich nicht, dass irgendwas gefährdet wäre, wenn ich da nicht hin kann, um irgendwie eine Buchung durchzuführen oder ein Telefongespräch zu führen. Aber was man hat, das hat man. Naja, also, wenn es darum geht zum Beispiel, jetzt ist es nicht mehr so schlimm, aber vor ein paar Wochen die, äh, Schutzausrüstung zusammenzukriegen, äh, wenn man da vielleicht, äh, ich weiß ja nicht, habt ihr an Versteigerungen teilgenommen oder so? Ähm, meine Hauptfunktion war tatsächlich zu verhindern, dass wir an sowas teilnehmen. Ähm. Ach was? Ich, ja, ja, du, du glaubst ja nicht, äh, wer dann sich plötzlich, äh, alles per E-Mail gemeldet hat mit, äh, wir haben noch Masken, äh, wer zuerst bezahlt, bekommt zuerst und dann, äh, guckst du mal auf die E-Mail-Adresse und was die eigentlich so, ob, ob es irgendeine Historie zu diesem Unternehmen gibt und ganz ehrlich, das ist in 90 Prozent der Fällen einfach nicht der Fall, das ist alles Betrug und Beschiss gewesen und ganz wenige waren dann, also wir haben tatsächlich, ähm, das, das war so ein bisschen Wild-West-Manier, äh, wie man das auch aus, äh, aus schlechten Filmen kennt, äh, der Chef ruft an und, äh, sagt, es muss hier heute noch das Geld raus an diese Bankverbindung, Rechnung kommt nach, so wo eigentlich, äh, wo eigentlich alle Alarmglocken los, no go, genau, man möchte in der Geschichte dann gerne der Typ sein, der irgendwie, äh, den Verlust von, weiß nicht wie viel, äh, zigtausend, äh, verhindert hat, äh, das war die gelebte Realität, tatsächlich, also man, wie heißt dein Chef, Andreas Scheuer? Ähm, na, ein paar böse, böse, ähm, ähm, ah, er tappt, er kennt sich doch aus mit Politik. Ja, er habe nicht gesagt, dass ich in der Mond lebe, ich habe gesagt, ich kenne mich nicht genug aus, um mir eine Meinung zu bilden. Achso. Natürlich bin ich, ich bin, ich bin, ich habe eine schwarze Seele, ich bin gehässig, ich bin böse, ich bin, habe auch mal rassistische Vorurteile, selbstverständlich, habe ja alles. Ich muss gucken, dass ich, dass ich irgendwie kultiviert kriege, dass ihr das nicht so abkriegt. Vor mir musst du das nicht tun. Martin, lass alles raus. Nee, 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 nein, 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 da komme ich sofort ins Knast, das geht nicht. Ja gut, lass vielleicht nicht alles raus, das, äh, stimmt, das war, das war ein bisschen doof, äh, formuliert. Ähm, nee, nein, nein, das war doch gar nicht, das war klug formuliert. Natürlich haben wir doch, wir haben doch alle irgendwie, also wir haben doch Natur in uns, wir sind Naturwesen, wir sind Tiere, natürlich haben wir Natur in uns, aber wir haben ja auch gelernt, ähm, dass es vielleicht besser ist, nicht mit natürlichen Instinkten um uns zu hauen mit, mit der dicken Keule, sondern, dass wir uns eine gewisse Umgangskultur anerzogen haben, die manchmal übers Ziel hinausschießt, ne, also wenn sie das eigentliche Ich zu sehr, äh, beschränkt, weil, was weiß ich, gesellschaftliche Konventionen oder strenge Eltern oder, weiß der liebe Himmel, äh, das so wollen, dann kann es natürlich schädlich sein, aber so ganz grundsätzlich finde ich es schon ganz gut, dass wenn ich mich uneins bin mit meinem Nachbarn, dass ich nicht gleich auf den einprügele und der nicht gleich seine Knarre rausholt und mir ins Auge schießt oder so, sondern, dass wir darüber reden können, dass wir vielleicht einen Konsens finden können. Ich finde das eine tolle Leistung und ich möchte das nicht aufgeben, ehrlich gesagt. Wollen wir da mal ein ganz großes Fass aufmachen und da ein bisschen drüber sprechen? Gerne. Ich behaupte, was du da sagst, ist intrinsisch richtig, aber funktioniert im Augenblick nicht. Ja, stimmt. Das ging immer besser. Aber, äh, das stimmt, ich hab ne Theorie und um, äh, es ist nicht so, dass ich hier unbedingt meine, äh, Sendungssortizen runterstreichen möchte, aber wir sind jetzt gerade bei Punkt 13, Konflikttheorie. Wunderbar. Und stay down. Also du moderierst, ohne dass ich es merke, da muss ich dir ein ganz großes Kompliment machen. Ich sollte es dann vielleicht auch nicht ständig erwähnen, aber sonst, danke. Ja, es ist jetzt so durchschaubar, weil du es immer erwähnst, das stimmt, aber sonst hätte ich nicht gemerkt. Die Frage ist natürlich, was ich damit bezwecke. Ähm, also ich, ich hab ja auch noch ein kleines Attentat auf dich vor, aber dazu später mehr. Das glicke Brot war schon. Nein, nein, es, ach, das wird überhaupt nicht so, na, später. Ähm. Schwitz. Lass mich ein Stück weit ausholen, ich fange nicht bei Adam und Eva an, aber ich fange bei Eve an, bei Eve Online. Ein Online-Rollenspiel, äh, von dem man vielleicht mal gehört hat. Ich behaupte, wir haben... War gut. Also, äh, Eve Online ist irgendwie, äh, einer der größten Wirtschaftsfaktoren Islands. Die verdient tatsächlich einen spürbaren Anteil ihres, äh, Bruttoinlandsproduktes mit dem Betreiben dieses Online-Spiels. Äh, es wird, äh, satirisch immer so ein bisschen beschrieben als Internet-Spaceship is serious business. Und, ähm, was die gemacht haben, die haben da, äh, eine Welt skizziert, die so hart an, äh, äh, der psychischen Realität von Spielern dran ist, dass es wehtut. Also, du kannst dir da in dieser Welt Sachen rausnehmen, ohne dass da Moderatoren einschreiten. Du kannst Leute, äh, bestehlen, du kannst machen, was immer du willst. Und es gab sich, begab sich mal in dieser Welt, äh, eine Situation, dass, ähm, zwei verfeindete Gruppen gegeneinander Krieg führten. Erbittert. Das Problem an, also einem Spiel mit Internet-Spaceships ist halt, so einen Konflikt kannst du nicht auflösen, weil, wenn ich jetzt da hinkomme und, äh, gehe zu Martins, äh, Schlachtschiff und schießt das kaputt, dann ist Martin ja noch da. Und Martin spielt weiter und holt sich einfach ein neues Schiff. Und dabei gab es sich, dass, äh, wie gesagt, in dieser Welt ist alles böse erlaubt. Du kannst mit allen Mitteln kämpfen, Sekunde, ähm, dass die eine Partei durch, äh, Realwelt-Betrug eines Vorteils beraubt wurde, den eigentlich, äh, jeder hat. Sekunde. Das ist der Unterschied zum SMC. Das schneiden wir raus, ne, Sebastian. Nein, das heißt natürlich nicht. Langer Rede, kurzer Sinn. Ähm, die eine Fraktion wurde eingesperrt in einer Raumstation und die konnten da nicht raus, weil die andere Fraktion mit 8000 Leuten um diese Station drumrum stand, 24 Stunden am Tag, wochenlang. Also jeder, der da auf die Nase raus gezeigt hätte, äh, der hätte halt kein Segen drauf geruht. Und das hat mir damals viel übers Leben beigebracht. Ich war Teil dieser Wachmannschaft. Dass du es eigentlich, äh, also in einem Szenario wie heute, wo wir mit mehreren Leuten anderer Meinungen sind, aber zumindest online gibt es kein soziales Korrektiv, dass, äh, die eine Person für ein wahrgenommenes Fehlverhalten irgendwie sanktioniert. Also es ist vielleicht, äh, dass du auf Twitter mit irgendeinem Sockenpuppen-Account unterwegs bist oder du erinnerst den Namen, ähm, oder selbst wenn Leute dich da angehen, das kann dir ja am Ende des Tages egal sein, weil entweder sind das eh nur irgendwelche, äh, namenlosen Stimmen im Internet oder du verteufelst sie halt, äh, direkt als, äh, linksgrün versifft und jedes Attribut, dass du dir zu schlecht denkst. Und im Zweifel kannst du dir so weit deine eigene Echo-Kammer strecken, dass du eh nur den Leuten folgst, die ähnlich Gedanken haben wie du. Das heißt, das ist ein Konflikt, wo wir ständig mit Leuten streiten, aber egal, was wir machen und egal, ob wir jemanden im Gespräch argumentativ, äh, Airquote, zu Boden ringen, der bleibt da halt nicht. Anders, als wir das halt, äh, so rein evolutionär, äh, irgendwann mal gelernt haben, äh, wir haben ja eigentlich, wenn wir in einer kleineren Gemeinschaft leben würden, gut ist, dass wir das Gefühl dafür, wie ist unser Sending, äh, und wann verstoßen wir gegen den Kodex, der so eine Gemeinschaft für uns, äh, tragfähig und, äh, wünschenswert macht. Und das ist weggefallen. Du kannst Leute einfach heute nur noch überzeugen, wenn du quasi direkt neben ihnen stehst. Und selbst das ist schwierig, weil wir, ähm, grundsätzlich ja so eine gewisse Konfliktscheue haben. Äh, wir haben unser, äh, wahrgenommenes Engagement zumindest im Netz oder unter Gleichgesinnten. Und daraus kommt halt die Situation, wie wir die im Augenblick haben. Also was möchtest du tun gegen, äh, Rassismus in Deutschland? Ich möchte mein Verhalten ändern. Das ist alles, was ich zunächst mal kann. Und, äh, da habe ich genug zu tun. Also, und in dem Sinne dann vielleicht, vielleicht, äh, andere... Es war jetzt ein Geneeklis, du bist nicht konkret auf dich bezogen, aber, ja. Nee, nee, aber, nee, das ist so, ich finde das schon ganz wichtig, immer zu gucken, wo, wo, wo fängt es denn an? Nämlich, es fängt bei mir an, bei meinen eigenen kleinen, beschissenen Vorurteilen, die ich habe. Und, äh, wo ich mich wieder, immer wieder ertappe, dass ich, dass ich Menschen irgendwas zuschreibe, die ich nicht kenne, nur aus, aufgrund irgendwelcher äußeren Faktoren. Und da muss ich doch schon anfangen. Also, finde ich jedenfalls. Und es, 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 was hilft es denn, wenn ich dauernd auf andere Leute zeige, aber selber die gleichen Fehler mache? Das macht doch keinen Sinn. Ja, also gut, wenn es übertrieben bei den anderen ist, da kann man schon mal sagen, jetzt halt mal bitte den Ball flach. Oder, äh, hier, pöbel meinen Freund nicht an, nur weil der vielleicht, äh, anders aussieht als du. Oder, äh, du meinst, der wäre nicht aus, aus unserer Stadt, aber, sei gewiss, der ist mit mir aus der Schule gegangen, ja. Ja, der ist, äh, äh, genauso, äh, hier aufgewachsen wie jeder andere auch, nur weil der eine andere, was weiß ich, grausere Haare hat oder eine andere Hautfarbe oder was auch immer. Für eine äußere Veränderung oder Andersartigkeit, ähm, was ja nicht anders, also ist ja nur selten. Es ist ja nicht, noch nicht mal unnormal, ist ja einfach nur selten. Das ist ja auch so ein Ding, wir verwechseln immer Normalität und Häufigkeit. Ähm, ähm, ach, ich, aber, äh, am Anfang steht doch immer, stehe ich doch immer mit meinem eigenen Verhalten. Gucken, was mache ich, wo bin ich gerade wieder dabei. Und in dem, dass ich versuche, diese Dinge in meiner Umgebung anders zu machen, vielleicht auch, äh, ansteckend zu wirken. Ja, es ist jetzt, es ist kein großer Hebel, ne, es ist nicht der große Knall. Aber mit einem großen Knall hat, das hat noch nie richtig funktioniert. Das Problem an der Geschichte ist, äh, diese, äh, Referentialität bei, äh, was gilt es für mich zu tun, äh, setzt sowohl den Hebel nur bei sich selbst an, als beschränkt halt auch die, äh, Länge des Hebels und wo du ihn ansitzt. Also irgendein Typ in, um jetzt nochmal jedes Geschirr zu bedienen, der da irgendwo in Sachsen auf dem Land lebt, könnte im Grunde über sich halt de facto dasselbe sagen. Es würde komplett anders sich, äh, ausgliedern. Aber ich glaube, ähm, also ich, 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 ich gehe mit dir mit, insoweit, äh, ich selbst habe durchaus in meinem Leben Stellungen, äh, zu verschiedenen Bereichen gehabt, die sich mit steigendem Alter verändert haben. Ich kann allerdings relativ gut, äh, pinpointen, also, ähm, festmachen, woher dieser, äh, Sinneswandel eigentlich gekommen ist. Und, äh, wenn ich ehrlich bin, waren es Einflüsse von mehr oder weniger konkreten Personen, äh, in meinem Umfeld. Also ich habe mich ewig lange gegen die Vorstellung gewehrt, es könnte überhaupt möglich sein, dass eine Person sagt, sie sei im falschen Körper geboren. Das konnte ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen. Ja. Dann, äh, zu einer Zeit, wo andere Leute schon so ein bisschen weich geklopft haben, äh, was geschlechtergerechte Sprache oder so, bei mir angeht, also wo schon so ein paar Veränderungen in mir stattgefunden haben, äh, trat dann, äh, der Tobi, äh, in mein Leben, äh, auf dem Potsdok 16 oder 17 oder irgendwie sowas. Und, ähm, hat dann halt mal so einmal so die Tür aufgemacht, so den Blick hinter den Spiegel erlaubt und dann konnte man sich halt wirklich mal so, ähm, reinversetzen über, und das ist wichtig, äh, einen längeren Zeitraum. Ich behaupte, wenn wir wirkmächtig werden wollen gegen, äh, Einstellungen oder Entwicklungen in Gestalt oder mitgetragen von Mitmenschen, äh, muss man zwei Sachen, äh, angehen, die total nicht, äh, äh, naheliegend sind oder die uns nicht gleich zu pass kommen. Das eine ist, wir müssen uns in Frieden damit machen, dass, was immer wir tun, die Wirkung erst in der Zukunft zeitigen wird und nicht in dem Augenblick, wo wir eine Diskussion führen, wo wir eine Podcast-Episode dazu aufnehmen oder dergleichen. Also, äh, ich bin durchaus bereit, meine Ansichten zu ändern, aber, äh, gib mir, gib mir eine Weile dafür. Und die andere Geschichte, und ich glaube, das wird weit schwieriger sein, ähm, ich glaube, wir müssen aufhören und nur unseren eigenen Ansprüchen genügen zu wollen in diesem Punkt. Ich glaube, äh, wir verbringen viel Zeit in der Debatte damit, in, 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 in allen möglichen Debatten, die sich um, äh, Gesellschaften und Veränderungen, äh, angehen, äh, uns vor Kritik, äh, zu immunisieren und unangreifbar zu machen. Ich glaube, wir müssen, äh, ja, also ich, ich kenne mehrere Leute, äh, wenn es zum Beispiel, ähm, nicht bei meinem Arbeitgeber, aber natürlich einem anderen, äh, wenn es um die Frage geht, äh, wird hier Text gegendert oder nicht, äh, ist häufiger mal, ähm, der Ersatz, der dazu kommt, sonst kriege ich wieder Ärger mit Punkt, Punkt, Punkt. Oder wenn du dir Leute auf, ähm, Twitter oder Mastodon anguckst, äh, Männchen, Männchen, Weibchen oder was auch immer dazwischen, dann, ähm, ich, ich glaube, der Linus hat das mal so formuliert, äh, da gibt es Leute, die versuchen, dem Himmel näher zu kommen, indem sie versuchen, noch linker zu sein als du oder noch progressiver zu sein als wie du oder noch woker zu sein als wie du, was, äh, halt auch so, so ein rein monolithisch-selbstreferenzielle Befriedigung darstellt. Also, wenn du auf Twitter eine Aussage machen willst, heute gab es mal die Diskussion, äh, wie beleidige ich eigentlich jemanden, ohne, äh, gegen, äh, ein Ismus zu bedienen oder dergleichen, ähm, die, die Frage ist natürlich inhärent, äh, eigentlich unsinnig, weil der Zweck einer Beleidigung ist es ja gerade, einen Aspekt bei dem anderen zu benennen, auf den die Person dann, äh, negativ reagieren wird. Ich hab, also, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, es gibt ein paar Leute, wo ich sagen würde, da hab ich wirklich mal, äh, nicht sofort, aber über die Zeit begleiten und können, dass zumindest zum Teil eine Veränderung auch von mir angestoßen wurde in der Person, äh, in der anderen Person. Und ich glaube, alle diese Veränderungen sind eigentlich nur möglich und mitgetragen davon, dass man sich als Mensch wirklich auch so weit investiert und hergibt für diesen anderen Menschen oder in das Leben dieses anderen Menschen rein, dass es halt nicht so eine Begegnung ist, die du eigentlich am nächsten Tag wieder, äh, einfach wegdenken kannst. Also, wann haben wir das letzte Mal mit jemandem diskutiert, der wirklich einer ganz anderen Meinung war als wir und es hat uns noch eine Woche später mitgetragen und wir haben uns regelmäßig wieder mit der Person getroffen. Also, ich wüsste jetzt keinen rechtsoffenen Menschen auf Twitter, mit dem ich mehr als einmal diskutiert habe. Ja, gut, Twitter ist jetzt vielleicht so eine, so eine besondere Sphäre, wo, wo, äh, die Sachen schnell abgehandelt werden, aber mir fällt zum Beispiel, ich kann jetzt aus meiner eigenen Erfahrung auf die Frage, ne, wann, wann wäre, hättest du das letzte Mal mit jemandem gesprochen, der andere Meinung ist als du und, äh, trotzdem habt ihr, seid ihr euch auf Augenhöhe und offen begegnet, ähm, muss ich auch im Moment sagen, fällt mir gerade nicht so richtig ein. Also, Augenhöhe und Augenhöhe und gleicher Höhe, das ist nicht das, was ich meine. Achso, okay. Ich meine einfach nur, dass man in das Gespräch reingeht mit der Möglichkeit, dass man selber argumentativ wirklich was abbekommt, dass man, dass man sich betroffen machen kann, angreifbar macht von dem, von der Person, die einem gegenübersteht. Ja, aber das ist doch, das ist doch eigentlich ein Grund, also wenn ich, wenn ich, äh, nicht mit jemandem rede, von dem ich genau weiß, der ist sowieso meiner Meinung, sondern, ähm, es treffen zwei verschiedene konträre Positionen aufeinander, ähm, dann, äh, ist doch, also früher, früher, damals, was heißt ich, oder in meiner naiven Vorstellung ist da, ist doch der Ansatz, ich höre mal, was der andere sagt, vielleicht hat der ja doch was, äh, vielleicht ist da ja irgendwas dran. Vielleicht, vielleicht hab ich ja im Moment, ich hab da eine Vorstellung von der Sache, wie sie halt ist, aber das ist ja auch erstmal nur so eine Art Arbeitshypothese. Ich bin ja durchaus bereit, meine Überzeugung, wenn ich gute Argumente oder überzeugende Worte höre oder so, ähm, ähm, auch zu verändern. Also, ich gehe ja in solche Streitsituationen im besten Fall mit einer gewissen Offenheit für das, was der andere oder die andere, äh, mir zu sagen hat. Ja, aber die Offenheit. Da könnte ja was dran sein. Aber du hast auch vorhin gesagt, dass es im Endeffekt dann für dich auch völlig okay ist, äh, dass man auseinander geht mit so einem, ja, dann macht halt jeder seins. Man lässt den anderen so stehen, wie er ist. Ja, wenn das, wenn ich da nichts finde, also, äh, was weiß ich, wenn da jetzt, äh, jemand, äh, mir von seinem Gott oder von seiner Göttin oder von seinem, was weiß ich, für, für spirituellen, äh, Impulsen erzählt. Und ich sage ja, schön, wenn du das so empfindest, ist aber für mich nichts, dann heißt es ja nicht, dass ich, ähm, 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 die Tätigkeiten und, die, die, die Person, die in diesem, was weiß ich, äh, Ritus da macht, äh, die aber ansonsten niemanden beeinträgt, dass ich da jetzt dagegen sein muss. Das kannst du trotzdem so machen. Ich muss mir nur nichts von annehmen. Ja, jetzt gibt es aber schon Themen, wo man sagt, okay, dann nimmt sich aber trotzdem irgendwas an oder jemand leidet trotzdem unter der, äh, Meinung des Anderen. Da gibt es ja gerade jetzt in den letzten Wochen durchaus, äh, wortreiche Beispiele. Ähm, ja, leiden soll keiner. Das ist, äh, das wäre natürlich die hohe Kunst. Ähm, ich möchte die Sendung nicht komplett irgendwie mit, äh, äh, harten Themen kapern. Das ist nur aber vorweg, also du kannst mir jederzeit sagen, so, aber jetzt, äh, wie stehst denn du eigentlich zu Kätzchen oder so? Völlig in Ordnung. Ich, ich, ich weiß, wenn man mich lässt, dann, ähm, also ich habe Freundschaften verloren, weil ich Sätze gebracht habe wie du, ich hab voll keinen Bock auf Smalltalk. Also, stopp mich. Ja, ist doch toll, ist doch offen, ehrlich. Ich verweise auf den Chat, wo einige meiner normalen Mit-Podcaster drin sind, die gerade sich schon irgendwie so die Haare raufen, nach dem Motto, äh, warum kann ich nichts dazu sagen? Was, wenn er so anfängt? Also, stopp mich einfach. Das ist, äh, völlig okay. Ich hab jetzt, ich hab, also ehrlich gesagt, äh, gerade keinen Grund. Ähm, oberflächlichen Smalltalk, ja, wo er gebraucht wird, soll er meinetwegen passieren, aber, ähm, wir sitzen doch hier jetzt quasi um unser virtuelles Lagerfeuer und erzählen uns Geschichten. Und jetzt zu den Geschichten gehört doch auch, wie, 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 wie du jetzt gerade die Welt siehst. Und ich finde das sehr spannend, ähm, und danke dir, dass du, dass du uns, äh, so ein bisschen Einblicke wärst, wie du zu der Person geworden bist, die du heute bist. Das ist doch, ich finde das einfach spannend, finde ich überhaupt nicht, äh, auch nicht zu, irgendwie zu massiv oder so. Du lässt ja alle Freiheiten, äh, also du bist, hast, ich erlebe dich jetzt nicht missionarisch. Nein, aber trotzdem, also, wir beide, wir kennen uns ja so ein bisschen, aber wir kennen uns jetzt nicht so, dass ich dir, äh, dass wir uns zum Geburtstag gratulieren. Also, wie gesagt, wenn dir ein Thema irgendwas zu viel wird, man, man kann mich auch einfach auf die Nase stupen und dann, äh. Dann, dann habe ich noch Sachen, andere Sachen auf der Liste. Ja, klar. Erzähl uns doch mal, welchen Rekorder du benutzt, wenn du podcastest. Äh, Hardware, Software oder wie? Zum Beispiel. Also, ja, ne, also, wir wissen ja, es gibt eine Signalkette und die beginnt an deinem Mund und irgendwann kommt sie dann im Podcatcher deiner Hörenden wieder raus. So, wie ist denn der Weg dieses Signals? Ich unterschreibe die These, dass, äh, das, was meinen Mund verlässt, im Mund begonnen hat und nicht davor. Ähm, also, es ist relativ unspektakulär. Ich habe, äh, ein Biodynamics-Headset normalerweise auf. Äh, das geht in ein Xenix 502-Auto-Interface. Und, äh, meistens fängt Audacity dann die Spur auf. Was? Kein Ultraschall? Hm. Ich habe Ultraschall drauf, aber, ähm, ich habe ein Alter erreicht, wo ich, äh, mich einfach der, äh, der Darstellung verpflichtet fühle, äh, das, was früher da war, das war gut genug für uns, das ist auch gut genug für heute. Nein, ich, ich kenne mich mit Audacity einfach sehr gut aus. Und ich kenne mich mit Ultraschall so gut aus, dass alles, was ich mache, sehr lange dauert. Und ich verbringe schon viel zu viel Zeit mit, äh, Ultraschall für meinen Seelenheil, wenn man mich fragt. Ich hatte ja, äh... Ultraschall fürs Seelenheil, das kann man aber auch schön rausschneiden jetzt. Also, Anekdote, Anekdote am Rande. Ähm, wir hatten vor einer Weile mal im kleinen Rahmen überlegt, ob wir, ähm, sowas Hörspielartiges, äh, machen wollen. Und dann, äh, hatte ein Hörer uns auf eine Seite aufmerksam gemacht, wo sich, äh, Leute sammeln, die auch Hörspiele machen wollen und auch Hörspiele machen. Und da gibt es Untergruppen für, äh, das sind Sprecher und Sprecherinnen, die sich anbieten mit so verschiedenen Stimmproben, wie klinge ich, wenn ich ärgerlich bin, wie klinge ich, wenn ich lache und dergleichen. Und, ähm, ähm, es gab eine Untersektion für, das sind meine Projektideen, ich suche dafür. Und alle diese Projektideen waren, also die noch, äh, unresolved waren, die noch nicht, äh, realisiert wurden, standen alle beim selben Punkt. Wir brauchen nicht jemanden, der schneidet. Und da wurde mir klar, okay, den Punkt wirst du wahrscheinlich nicht irgendwie ausgliedern können. Ähm, und hab mich dann, äh, nochmal danke an Stefan, äh, so ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie funktioniert, wie mach ich mal das jetzt eigentlich, äh, am besten und, äh, relativ schnell zu dem Schluss gekommen, gar nicht. Also es macht, schön ist anders, aber es findet sich halt kein anderer, der es macht. Und von daher, ja. Äh, diese Seite hat mich eh nachhaltig traumatisiert, wenn ich ehrlich bin. Die Seite mit der Geschichtenerzählerin, oder was? Genau, diese Seite, mit dem, äh, die sich da auf Hörspiele kapriziert hat. Ähm, wir hatten vor, so ein Hörspiel in einem Science-Fiction-Setting zu machen. Ähm, wir haben ja diesen Rollenspiel-Podcast und wir suchen da im Augenblick, äh, das ist ja so ein offenes Ding, kommt vorbei, macht mit, aber du findest halt nie einen, äh, du findest nie einen, der schneidet. Sag doch mal den Namen von dem Projekt, damit man vielleicht mal danach googeln oder suchmaschinieren könnte. Ähm, das, der heißt suddendice.de und ist so ein bisschen unsere Buße dafür, dass wir eigentlich diesen anderen Podcasts jede Woche immer wieder in schlechten Nachrichten füllen. Damit versuchen wir dann halt so ein bisschen, äh, was Positives in die Welt zurückzugeben. Und dann, äh, wir hatten ja mal auf der Bühne, äh, vor dem Podstock auch so einen kleinen Vortrag darüber gehalten und festgestellt, äh, es gibt diverse dieser, äh, wir erzählen euch Geschichten-Podcast. Aber so wie die aus diesem Rollenspiel-System alle gestrickt sind, sind die alle gruselig zu hören. Das ist schrecklich. Also, die Audioqualität ist schlecht, äh, Schnitt wird entweder gar nicht gemacht oder, äh, dilettantisch. Und jeder, diese, jedes dieser Projekte, das wir nachvollziehen konnten, hat innerhalb der ersten zehn Episoden, äh, 90 Prozent der Hörer verloren. Und, äh, das wollten wir besser machen. Mhm. Ähm, jedenfalls, ähm, ich war dann auf dieser Seite, die uns ein Hörer dann ins Herz gelegt hat und, äh, hab mir, äh, quasi einmal den kompletten Bereich der Science-Fiction-Hörspiele runtergeladen. Einfach so als, ich bin ja gut im Nachmachen und, äh, wollte mich davon so ein bisschen, äh, inspirieren lassen. Äh, zu einer Zeit, wo ich jeden Morgen sehr früh aufgestanden bin und hab dann, äh, bevor ich zur Arbeit gegangen bin, so eine Stunde in einem Schwimmbad verbracht. Und hab dann mit wasserdichten MP3-Playern mir das Hörspiel angehört. Das erste Hörspiel, das ich mir anhöre, das war irgendwie so, äh, also, weiß nicht, so stelle ich mir die Zukunft nicht vor. Ähm, kurz zusammengefasst, äh, es gibt einen Protagonisten, der kriegt die Aufgabe, eine Wissenschaftlerin zu besorgen und dann, äh, also, ähm, gefangen zu nehmen. Und dann kommt so der erste Spruch von ihm, ha, sie war also eine Frau mit Hirn, auf sowas stehe ich ja normalerweise nicht. Okay, okay. Und dann hörst du das weiter an und dann, äh, fängt er sie. Und nachdem, nachdem er sie natürlich verführt hat und, äh, am Ende der ganzen Geschichte fällt irgendwie, äh, kommt irgendwie raus, dass, äh, die Person vor ihm nur ein Androide ist, der so aussieht wie die Wissenschaftlerin. Und er schießt ihr die Beine weg, installiert eine neue Software, die sie zu seiner Sklavin macht, nimmt sie mit auf sein Raumschiff und, äh, kommentiert das dann mit, äh, das mit dem Bein hab ich so gelassen. Die brauchte sie ja bei mir nicht. Oder so, uah, was ist denn das für eine Scheiße? Schnell das nächste Hörspiel. Das fing ganz ähnlich an und dann, äh, hab ich an der Stelle mal gestoppt und auf diese Seite mal geguckt. Da waren irgendwie so 50 Hörspiele Science Fiction. Und 35 davon waren alle von derselben Person produziert. Und das ist einfach nur so, äh, creepy. Und dann dachte ich mir, okay, wenn das hier in diesem Forum von niemandem thematisiert wird, äh, witzigerweise eine, ähm, eine Person, die ich, äh, von Twitter kannte, war dann auch auf dieser Seite, hab ich an der Namensgleichheit gesehen, äh, eine weibliche Person. Und ich hab die mal dann einfach, äh, angeschrieben und gesagt, sag mal, hier, ähm, der Kollege da vorne, äh, also, ähm, weiß ja nicht, wie ich es sagen soll, aber, ähm, gehört sowas nicht in den Knast eigentlich? Und sie so, ja, das ist mal thematisiert worden, aber so ist der halt. Und dann dachte ich mir, okay, wir machen jetzt komplett unser eigenes Ding und ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Das ist ja unerträglich. Puh. Nee, das ist nicht schön. Nee, so, so gar nicht schön. So gar nicht. Jetzt hast du gerade im, 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 im Galopp sozusagen mal eben den Sunday Morning Cast erwähnt, den Sudden Dice Cast und, äh, vielleicht noch mehr, was ich jetzt also aus diesem Podcast, ähm, äh, Hörspiel, äh, Universum, was ich jetzt gar nicht so richtig als Podcast wahrgenommen habe, ähm, auf wie viel Angeboten bist du denn eigentlich zu hören gegenwärtig? Ähm, ähm, das hier mitgezählt? Wollenspiel mit Würfeln und Elfen und, äh, Geschichte dahinter. Und das ist halt das, wo wir mal, wo ich am Anfang mal festgestellt habe, so, jeder andere, der das macht, scheitert damit, lasst uns das auch machen, aber besser. Und, äh, da haben wir das dann angefangen, dass wir so, äh, peu à peu in zwei verschiedenen Spielrunden, also eine, äh, die als Spielleiter, als Erzähler mich hat und eine, die den Els Botto, den Martin hat, äh, haben wir halt so angefangen, dass wir immer mehr, ähm, Hörspielelemente da reinbringen. Ähm, also die Nachbearbeitung ist relativ intensiv mit Soundeffekten, äh, teilweise mit Gastsprechern, ähm, bisschen Musik, die da reinfließt, sodass du das einfach ganz gut hören kannst. Zum Beispiel, äh, ich persönlich bin ein großer Fan von dem, was andere machen, äh, der Els Botto hat da ein System aufgetan, das nennt sich die Ein-Wir-Sechs-Freunde und ist so ein Rollenspielsystem, dass so diese, äh, fünf Fragezeichen, äh, drei Freunde, TKKG, so die Jugendbandengeschichte aufmacht. Und das, äh, der macht es in unglaublich viel Liebe und gut zu hören, äh, gemacht. Kann ich es dir empfehlen. Äh, und das dritte Kind, das ist, ähm, da sind wir ja von dir ertappt worden. Ähm, das ist, glaube ich, Sekunde, vor fünf Tagen rausgekommen, äh, ja, da hast du dich was überschnitten irgendwie. Oder, ähm, das hat so lange auf den Stubladen gelegen, bis ihr auf den Ruf vom Sendegarten gewartet habt, was ich mal nicht glauben werde. Ich kann es beweisen, dass das genauso war, äh, weil wenn man sich die erste Episode anhört, äh, hörst du sowas wie, es ist Anfang 2020 und wir sitzen hier. Und wenn man sich die zweite Episode anhört, wird direkt, obwohl die nur zwei Tage später erschienen ist, äh, sagt der, äh, C-Büder eingangs, Ja, tut uns leid, dass so viel Zeit vergangen ist seit der letzten Episode. Tatsächlich lag das jetzt, äh, fast ein halbes Jahr einfach auf Halde. Und, äh, es fehlten Logos, äh, einer müsste sich irgendwie nochmal um den Mail-Server kümmern und das lag halt einfach da. Bis dann irgendwie, äh, der Ruf, äh, ereilte. Und dann so, oh, fuck, wir müssen aufräumen, hier, äh, mach das mal fertig. Also da haben sich dann ein paar Leute vom Chaos-Rev in Recklinghausen hingesetzt und, ähm, wir haben vor einer Weile mal festgestellt, äh, ich, ich weiß ja, dass du auch so, äh, einige Füße in der, äh, Hacker-Szene drin hast, weil ich dich da, äh, ich hör dich manchmal da sprechen, wo die auch rumlaufen. Ja, gut, okay, äh, die lassen mich mal da rein, so, äh, äh, Zaungast sein, okay. Lassen wir ja nicht jeden, eigentlich schon. Das stimmt, man muss, manchmal muss man sich ein bisschen strecken am Ticket, ja. Ich hab da auch, ich sage nochmal Dankeschön in Richtung Dortmund, danke. Aber, ähm, wenn man da, äh, so, so reinrutscht, also mir ging es zumindest so, äh, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber als ich so meine ersten zarten Fühler in die Richtung, äh, vom Chaos-Umfeld in Deutschland reingesteckt hab, bekommt man sofort eigentlich so ein Minderwertigkeitskomplex. Ja, also du musst nur am Tisch sitzen, ja, das ist ja tatsächlich so, du sitzt am Tisch und dann unterhalten sich zwei, drei, vier Gestalten über irgendwas, von dem du nicht die leiseste Ahnung hast, nicht mal so weit, dass man, äh, so tun könnte, als wüsste man, worum es geht. Ähm, ähm, und dann muss man einfach so ein bisschen so, äh, so ein bisschen aushalten und irgendwann nach relativ kurzer Zeit, also wenn man ein Interesse hat für Netzpolitik und ein bisschen was im Rechner macht, was so deine, äh, Verwandtschaft dazu aufruft, immer wieder mal bei dir anzurufen, wenn was nicht läuft, äh, merkt man, dass das eigentlich gar nicht so schwierig ist, also nicht so weit weg ist, womit die Leute sich beschäftigen. Und dann wird's immer was geben, wo du halt sagst, okay, ähm, der Typ, der kennt sich wirklich mit, äh, dem eigenen Zusammenlöten von Hardware aus, aber, äh, ich kenne mich deutlich besser als er aus oder sie aus mit, äh, Thema XY. Und wenn man dann, äh, sich eine Weile im Umfeld bewegt, dann merkt man, es ist unglaublich, äh, offen und befruchtend, also, da ist keiner, der irgendwie darauf rumreitet, so, haha, äh, ich hab aber schon viel mehr, äh, Prozessoren designt als du. Sondern die Leute erzählen unglaublich gerne davon. Und das haben wir uns zu eigen gemacht, das wollen wir gerne so weit möglich irgendwie in Podcastform reproduzieren, dass wir uns, äh, ab und zu mal da hinsetzen und, äh, wir erzählen so ein bisschen von coolen Sachen, die man machen kann, die auch eine niedrige technische Einschrittshürde haben, so, dass andere Leute da, äh, mitmachen oder es nachmachen können. Und es fängt damit an, dass ihr mal eben einen Server aufsetzt oder so, ja? Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube, der Subtext von dem Podcast, ähm, mit dem schönen Titel, all features welcome, äh, ist, ähm, der Aufruf an Leute, ähm, wir möchten euch davon erzählen, wie wir eigene Infrastruktur für uns und andere betreiben. Und warum ihr das auch tun solltet. Oder kolloquialer ausgedruckt, host your own shit. Passt auch ganz gut, weil heute nochmal, äh, so eine Gesetzesinitiative rauskam, ähm, die Anbieter von Internetdiensten verpflichten soll, Passwörter und so weiter, ihre Benutzer rauszurücken. Also ich betone nochmal die Aktualität, äh, baut euren eigenen Kram und betreibt den. Weil wenn man einmal damit angefangen hat, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt, äh, zu irgendeiner Person hingehe, die noch nie in ihrem Leben, ähm, sich irgendwo einen Server hingestellt hat oder wo ich erstmal anfangen müsste zu erklären, Server, wie erkläre ich das jetzt? Das ist so ein Ding, was du aufwendig mit Zeit und Know-how füttern musst, damit es etwas tut, was Google für dich heute auch schon kann. Dann gibt es einen relativ kleinen, äh, Kreis von Menschen, die aufspringen und sagen, jawohl, das will ich tun. Ähm, aber es gibt halt vielleicht, äh, ein paar kleinere Sachen, die, äh, wenn man Leuten erzählt, hör mal, das ist, äh, total cool und das kannst du machen und das, äh, ist wenig Aufwand. Und, äh, dann kann man das so iterativ angehen. So, wenn ich irgendwas habe, das hilft mir, zum Beispiel, ähm, ich glaube eine der, äh, halbwegs baldig geplanten Folgen ist, so eine eigene, ähm, Nextcloud zum Beispiel. Wenn ich hier sitze an meinem Rechner, dann habe ich irgendwo da, äh, diverse Sachen, die ich ungerne verlieren möchte. Ähm, keine Ahnung, äh, alle Verträge, die man mal gescannt hat oder dergleichen. Und das ist zum Beispiel eine Methode, die kannst du benutzen, dann hast du immer ein sicheres Backup. Und, nebeneffekt, du hast es dann auch auf dem zweiten Rechner. Und, nebeneffekt, du kannst dann auch Sachen plötzlich freigeben für ganz andere. Und, nebeneffekt, wenn du das alles schon mal hast, dann ist es für dich ein viel kleinerer Schritt, ähm, noch einen nächsten Schritt zu machen. Wenn du einmal, also, wie sagt der, äh, Marv bei uns immer so schön, äh, Servers und Herdentiere, also wenn man einmal angefangen hat, so was zu machen, äh, was für einen selbst und auch vielleicht für die Familie, für den Freundeskreis, äh, wirklich, äh, sinnvoll und hilfreich sein kann, dann ist das ein Pfad, der, äh, einen immer weiter ermächtigen kann. Mein, mir persönlich ist immer ein wichtiges Anliegen, um das Leuten auch zu beschreiben, warum man sowas machen sollte, weil, wann immer du Leuten versuchst klarzumachen, hey, ist eine coole Sache, die solltest du auf jeden Fall tun, also ich hab Chinesisch gelernt und das, äh, wäre auch was für dich, äh, wirst du immer auf Widerstand stoßen. Weil, instinktiv haben wir immer die Sorge und die Angst, äh, der preist das so an, der will mir bestimmt was aufschwatzen, was gut für ihn und schlecht für mich ist. Aber ich glaube, ein Punkt, der, äh, einfach universell, ähm, jedem einsichtig ist, ähm, wir hatten in den letzten Jahren immer wieder mal, äh, das Thema Aufkommen von, äh, digitaler häuslicher Gewalt. Also, wie sieht denn eigentlich so die gelebte Realität in, entweder in einer eigenen Partnerschaft aus oder vielleicht bei dir im Umfeld, da gibt's vielleicht ein Pärchen, wo du dir denkst, äh, das läuft nicht so richtig rund mit denen und, äh, der eine oder die eine, äh, behandelt den anderen irgendwie so, das sollte nicht so sein. Und, wir haben ja mittlerweile einen Grad der Durchtechnologisierung erreicht, wo die Trennung von einem Partner, weil sie notwendig geworden ist, nicht weil man, äh, sich irgendwie, weil man die herbeireden möchte oder so, ähm, einige Sachen mit sich bringt. Also, ehemals war es halt so, äh, vielleicht gemeinsame Kinder, vielleicht gemeinsames Haus, gemeinsames Konto. Mittlerweile, äh, haben wir auch eine, meistens eine gemeinsame Online-Identität. Also, ich, entweder kenne ich das Passwort von meinem Partner oder, ähm, mein Partner ist technisch nicht so firm, dass, äh, er sich zum Beispiel gegen das Ausspionieren von seinem Handy oder ihrem Handy wehren könnte. Und, äh, gerade in diesem Feld, äh, digitale häusliche Gewalt, äh, da gibt es wahre Horrorgeschichten von irgendwelchen Ex-Männern, die dann hinterher spionieren, weil sie halt immer die, äh, technische Koryphäe in der, äh, in der Beziehung waren, ist das unglaublich ermächtigend, äh, sich gewahrt zu werden, nicht nur ich kann mich, äh, technisch unabhängig machen, sondern damit einher, kommt dann halt auch, ähm, da sind wir wieder bei Seelenfrieden durch Ultraschall, ähm, äh, weil man sich mit der Technik auseinandergesetzt hat, weiß man auch plötzlich, was geht und was nicht, ähm, es erzählte, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wer es war beim letzten Chaos-Communication-Kongress, äh, dass eine der auch immer wiederkehrenden Symptome in so Fällen von digitaler häuslicher Gewalt ist, die Unsicherheit bei der einen Person, selbst wenn ich das Handy tausche, selbst wenn ich neues Laptop hole, neue E-Mail-Adresse, die Sorge und die Angst, dass es damit noch nicht vorbei ist, ähm, weil man es technisch einfach nicht durchblickt. Und für mich ist das ein Punkt, wo ich suche, äh, versuche, äh, dieses, äh, neue Podcast-Format so aufzubauen, dass es unglaublich niedrigschwellig ist für Leute, die überhaupt keine Ahnung davon haben. Ah, das ist natürlich aller Ehren wert. Wobei, ich zuckte gerade schon zusammen, wo du sagtest, ähm, 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 Bild, Bild, Bild you own shit oder so, also quasi, baue dir deinen eigenen Server auf, ähm, ähm, wo, wo ist denn die, die, die Einstellung, die Einstiegs, ähm, ja, die Einstiegshöhe sozusagen. Ich kann mir natürlich einen Rechner auf meinen Küchentisch stellen und da sagen, das ist jetzt der Server für die große weite Welt und jeder aus dem freien Internet kann darauf zugreifen. Ähm, dann mache ich meinen Küchentischrechner natürlich nackig für die Welt da draußen und der wird wahrscheinlich innerhalb von, von Stunden, Minuten wahrscheinlich irgendwie gekapert werden, ähm, weil ich mich, wenn ich so ansetze, natürlich, äh, nicht ausreichend geschützt habe. Dann wäre ja die nächste Überlegung, äh, zu sagen, okay, ich mach das jetzt nicht, also meine Nextcloud, also meine eigene Wolkenumgebung sozusagen, die baue ich jetzt nicht auf meinem Küchentischrechner, sondern da gehe ich halt zu einem Dienstleister, der mir erstmal so, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Webspace oder einen Cloud-Server irgendwie anbietet, der ist von dem Anbieter schon mal grundgehärtet gegen die allermeisten Angriffe. Und dann ist das so meine Spielwiese. Dann fange ich darauf an. Damit muss ich aber diesem Dienstleister schon mal an der Stelle vertrauen. Und wenn ich das dann weiterspiele und sage, ja gut, wenn ich dem vertraue, dann kann ich ja auch der nächsthöheren Instanz vertrauen, die mir dann irgendwie das Ganze auch nochmal ein bisschen aufhübscht. Und dann bin ich am Ende doch bei so großen Playern wie Apple, Microsoft, Google und wie sie alle heißen, Amazon und hab dann im Prinzip da dann meine Speicher. Ähm, wo setzt du denn an? Willst du wirklich auf dem Küchentisch anfangen? Ähm, das Phänomen, sich selbst, also seine eigene Infrastruktur zu betreiben, ist eines dieser wundervollen Probleme, wo man sich, um es richtig zu machen, von mehreren Seiten gleichzeitig nähern müsste. Also du wirst immer irgendwas haben, wo du, wenn du damit anfängst, einen anderen Bereich, äh, wo du im anderen Bereich einen blinden Fleck hältst. Das kann bei so Sachen anfangen, äh, halt wie gesagt, so wessen Hardware nehme ich denn dafür überhaupt? Also ja, du kannst was auf den Küchentisch stellen, du kannst im Zweifel was bei den Eltern hinstellen, du kannst was ins Vereinsheim stellen, du kannst dir einfach was klicken oder dergleichen. Aber dann geht das ja weiter mit, okay, und wie verbinde ich mich jetzt sicher dahin? Äh, wie sorge ich dafür, dass, äh, die Passwörter, äh, nur mir ersichtlich sind? Und was, wenn ich denn so ein eigenes Server dann überhaupt noch habe, sollte ich denn eigentlich idealerweise machen? Also es gibt so ein, ähm, so ein Segment, das wir zum Beispiel geplant haben, die ersten fünf Minuten auf einem neuen Server. Haha! Also, mir geht's wie dir. Ich hab am Anfang, als ich, äh, in dieses Chaosumfeld, äh, reingesprungen bin, ist mir ein Phänomen aufgefallen. Und zwar ab und zu mal sieht man ja, äh, äh, irgendeine Domain von einem anderen Menschen. Entweder, weil er eine E-Mail-Adresse da hat oder, ähm, weil er einen Server, einen VPN-Server drauflaufen hat. Und ich sehe halt, okay, äh, der kommuniziert gerade mit mir von einer anderen Domain und man ist ja neugierig. Dann guckt man, was ist denn da eigentlich? Und es hat mich am Anfang total aus der Bahn geworfen, dass ich mir diese Seiten dann aufgerufen habe. Und da war nichts. Keine Webseite oder irgendwas, was ich mir hätte angucken können. Irgendwo, wo ich was über die Person hätte erfahren können. Und es ist mir heute erst so durch den Kopf gegangen, ja, verdammte Scheiße, das ist bei mir mittlerweile genauso. Ich denke überhaupt nicht mehr daran, dass, äh, der Server, wo ich, äh, irgendwie, ähm, diverse Dienste hab drauflaufen, auch möglicherweise eine Webseite darstellen könnte. Weil für mich ist das gar nicht dafür gedacht. Du wirst immer auch Leute treffen, die, äh, die dann sowas, äh, sagen wie, 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 wie kannst du denn nur irgendwie, äh, die Version 85, 7, 8 benutzen? Die hat doch bekannte Sicherheitslücken, nimm doch 7, 9. Aber, ähm, Es ist immer im Leben so, wenn du anfängst, dich mit einer Sache zu beschäftigen und dann auf dem halben Weg mal so einen Schulterblick nach hinten wirfst, dann, äh, schlägst du die Hände beim Kopf zusammen, was du dir da damals zusammengefickelt hast. Und, äh, das Betreiben eigener Infrastruktur ist halt, äh, ein Weg. Du kannst dir eine Anleitung aus dem Netz suchen, du kannst die minutiös befolgen, aber ich verspreche dir, ein Jahr später ist das, was da steht, veraltet. Ja, na klar, na klar. Also ich schleppe auch noch mein, mein, mein Computerverständnis von, aus den 80er Jahren, glaube ich, mit mir rum. Weißt du, da ist irgendwie die zentrale Prozessoreinheit, die CPU und daneben ist ein, ein Arbeitsspeicher, der ist schnell und dann ist da noch ein Festspeicher, der ist langsam. Und dann, also diese, 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 dieser Grundgedanke von Computern und, ja, dann kann man halt den einen Computer mit dem anderen irgendwie durch ein Kabel verbinden und kann man da irgendwie miteinander reden. Äh, ich hab ein total, äh, veraltetes Bild vor Augen. Und, ähm, für mich ist ein Computer eigentlich immer noch eine reale Kiste, äh, dass das ja alles durch Virtualisierung und noch eine Schicht Virtualisierung und noch eine Schicht Virtualisierung überhaupt nicht mehr physikalisch irgendwo erreichbar sein kann. Also vielleicht ist es manchmal noch so, aber es gibt eben auch Systeme, da kann, kann denn noch nicht mal der Betreiber wirklich sagen, wo jetzt die Daten, deine Urlaubsbilder, wo die jetzt eigentlich gerade im Moment wirklich sind. Weil die sind überall und nirgends gleichzeitig. Und das sprengt schon mein Gehirn. Also da, äh, bin ich, da, da stehe ich schon immer sehr staunt, äh, dann da auch daneben. Und ich kann diese Hilflosigkeit, äh, die du da beschrieben hast, mit der häuslichen digitalen Gewalt, also gerade wenn man ein Vertrauensverhältnis verloren hat und dann plötzlich, äh, Misstrauen, äh, im unmittelbaren Umfeld sich breitmacht. Und diese, diese, ähm, dieses Unvermögen zu wissen, ist das jetzt, äh, ist das schon, hat er schon oder hat sie jetzt schon irgendwie ihre Finger auf den Daten oder nicht? Oder ist das, ist das geschützt oder nicht? Ähm, dass man sich dann irgendwann doch wieder zu einem, äh, zu einem Karton mit Fotos zurücksehnt äh, und einem, äh, Adressbuch aus, mit Papier und, äh, und Bleistift, weil man da vielleicht noch eine Hoheit drüber hat. Über alles andere hat man die Hoheit dann irgendwann verloren. Das geht aber nicht mehr. Also, ähm, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und du wirst auch die, die Kommunikation, die wir heute gelernt haben, über Messenger-Dienste, die schnell und einfach geht, die aber in dritten Händen liegt, äh, und wir wissen nicht so genau, was die Dritten damit eigentlich anstellen, mit all dem, was sie über uns gesammelt haben. Ähm, kann ja alles gut gehen. Kann ja sein, dass sie einfach nur wissen wollen, ob wir Hundeliebhaber oder Katzendiebhaber sind, um uns dann die entsprechende Hunde- oder Katzenwerbung oder Futterwerbung einzublenden. Dann ist es ja gut. Aber vielleicht haben sie auch noch ganz andere Dinge, führen sie noch ganz andere Dinge im Schilde. Ähm, ich hab immer so im Hinterkopf, eines Tages wird Google zurückschlagen, mit all den Daten, die sie über mich gesammelt haben. Ähm, bis dahin, bis dahin haben sie mich schön, äh, gemästet und fett, äh, gemacht. Also, wie, wie die böse Hexe bei Hänsel und Gretel, ne. Die ist gut zu den Kindern und füttert sie und so weiter. Aber irgendwann kommt der Tag, wo sie die fressen will. Und so ist Google mit mir halt auch. Ich werde gehätschelt und getätschelt und, aber irgendwann kommt der Tag, dann werde ich gefressen. So, und das ist immer so ein bisschen die Angst, die im Hinterkopf ist. Aber ob die real ist, weiß ich nicht. Nur irgendwo, verstehe ich auch jeden, der sagt, ich hab diese, diesen, diesen, selbst den Vorsatz, eine Kompetenz zu erlangen aufgegeben. Ich verstehe das sowieso nicht, was da passiert. Und ja, und dann kommt dann dieser böse, böse Spruch, sollen sie doch alle alles über mich wissen. Wo man wirklich nur aufschreien kann. Ah, 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 ah. Meine Standardantwort auf jeden, der sagt, ja, ach, das ist mir nicht wichtig oder sollen sie doch irgendwer. Ich glaube nur Leuten, die es auch anders hätten machen können, dass es eine Entscheidung für sie war, es nicht zu tun. Ja. Ich, regelmäßige Hörer meines Podcasts werden ab und zu mal Geschichten von meinem Elternhaus gehört haben, was IT angeht. Und es ist ein Tal der Tränen, das wird jetzt durchschreiten. Also, wenn man auch mal lachen möchte, jetzt ist der Augenblick, jetzt wird es bitter. Die sind nicht mit Computern aufgewachsen. So, so null eigentlich. Und manchmal, wenn die anrufen und haben Probleme, also ich hatte mal, also fast bin ich im Streit mit meiner Mutter auseinandergegangen, weil sie Stein und Bein schwor, sie hätte mir eine E-Mail geschrieben und ich zeige ihr bei mir, guck mal, da ist keiner angekommen. Ich gehe an ihren Rechner und sage, guck mal, da ist keine versendet worden. Und sie sagte dann zu mir, je, Papa, dir ist doch immer besetzt, wenn man dir eine E-Mail schreibt. Ach, wie süß. Und ich sage, Mutter, tu nicht so, als ob ich doof wäre. Mutter, mach es mir einfach, hilf mir, hilf mir, dir zu helfen. Also, es gab eine Zeit, wo das wirklich, wirklich schlecht war. Mittlerweile sind meine Eltern total stolz darauf. Sie machen regelmäßige Backups auf verschiedene Datenträgern. Sie benutzen Passwortmanager. Sie benutzen sichere Messenger. Und sie tragen das weiter in das erweiterte familiäre Umfeld. Sie benutzen immer noch WhatsApp, aber eh, Progress. Jeder, du wirst nur irgendwie eine Gewissheit erlangen an der Stelle, wo du dir den ersten Schritt traust. Das ist so ein bisschen, ein Stück weit auch ein bisschen Angst vor der eigenen Courage. Weil, wenn man einmal damit anfängt, fängt man auch an, Verantwortung für das zu übernehmen, was man da macht. Also, wenn ich dir sage, nimm einen Passwortmanager, dann gibt es am Ende des Tages, wenn dir die Datei abhanden kommt und du hast kein Backup, wenn du das Passwort nicht mehr weißt, da gibt es keinen Knopf, hilf mir. Du musst den Fall mitdenken, dass du da auch in die Zukunft investierst. Aber ich verspreche dir, wenn du einmal so ein paar Schritte gegangen bist, dann hast du plötzlich eine totale Gewissheit über die Sicherheit dessen, was du da tust. Also, ich weiß mit absoluter Gewissheit, wenn ich mir heute ein Google Drive Laufwerk klicken würde, wo ich Dateien reinschmeiße, dass ich die so reinschmeißen kann, dass Google damit nichts anfangen kann. Man hat uns in der Schule ja immer mal gesagt, du wirst Mathematik dein ganzes Leben lang brauchen und wir haben es lange für eine Lüge gehalten. Aber heute, ich stehe hier und sage es, Mathematik in Form von Verschlüsselung schafft Seelenfrieden. Ich bin kein paranoider Mensch. Keiner da. Ich bin kein paranoider Mensch, aber naja, ich hell auf dem Beutekind herum. Aber die Gewissheit, also nachzusehen, dass wirklich diese Verschlüsselung nicht so eine Blackbox ist, wie man glaubt. Also wir schalten ja einen Fernseher ein und dann steht da irgendwie, keine Ahnung, wie diese ganzen CIS-Serien heißen, aber er hat sein Handy verschlüsselt. Kein Problem, gib das her. Und dann tap, tap, tap und dann ist man drin. Die Wahrheit ist, nein. Die Wahrheit ist, das funktioniert nicht. Und das ist einer der Gründe, warum auch auf allen politischen Kanälen ständig gegen Verschlüsselung gefeuert wird. Oder wie es unser ehemaliger Innenminister formuliert hat, Sicherheit trotz Verschlüsselung und Sicherheit dank Verschlüsselung. Womit er meinte, wir sollten das alles mal ein bisschen abschwächen, sodass er noch reinkommt. Also, das wissen wir ja spätestens seitdem die Chance vergeigt wurde mit der Ausgabe der neuen elektronischen Personalausweise auch für uns jeweils einen persönlichen Schlüssel oder einen Schlüsselmechanismus. Ich kann das technisch nur grob beschreiben, aber da wäre die Möglichkeit gewesen, das flächendeckend auszurollen. Und da hat man ja einen Rückzieher gemacht. Und seitdem hampelt man die ganze Zeit herum. Gibt es noch so etwas wie E-Post? Ja, es gibt noch etwas Geileres als E-Post. Es gibt mittlerweile E-Porto. Ach so, das ist aber auch schon alt, oder? Das mit diesen Zahlen, die man dann auf den Brief schreibt. Ist das das? Also, ich habe die Tage erst davon erfahren und ich war schwer begeistert. Erzähl mal, für alle, die es nicht kennen vielleicht. Also, damals in die Before Times, als es noch Briefe gab, hat man mithilfe seiner Zunge kleine Papierstückchen angeleckt und quasi so wie so ein Siegel auf seine Schneckenpost draufgeklebt, damit der Bedienstete des Staates wusste, aha, dies ist ein Ehrenmann oder eine Ehrenfrau und ich trage das jetzt sofort auf meiner Postkutsche zum Empfänger. Mittlerweile ist man da technisch ein bisschen weiter. Du kannst dir vor Ort an deinem Handy eine Briefmarke aus dem Nichts generieren, indem du, ich glaube, eine SMS an eine bestimmte Nummer schreibst und dann schreibst du irgendwie da rein, wie hoch das Porto sein soll, woraufhin dir ein Code zurückgeschickt wird. Ich glaube, acht Ziffern. Also, wenn ich jetzt eine SMS hinschreibe und sage, ich möchte gerne einen Euro Porto haben, dann schicke ich das da hin und die schicken mir die acht Ziffern zurück. Die schreibe ich anstelle des Portos auf meinen Briefumschlag und wird dann so behandelt, als hätte ich Porto draufgeklebt und ich glaube, zwei Euro werden wir dann dafür berechnet. Also, das ist, glaube ich, irgendwas, was nur Sinn ergeben hat in einer Welt, in der es die Auskunft noch gab. Die Auskunft, die Älteren werden sich erinnern, da hast du angerufen, damit Leute für dich googeln, bevor es Google gab. Ja, es ist noch gar nicht so lange her, dass wir diese Sachen alle nicht hatten. Ich muss mir das auch ganz oft wieder ins Gedächtnis rufen, dass wir vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren noch unter ganz anderen Bedingungen unterwegs gewesen sind. Das fühlt sich heute alles schon so selbstverständlich an. Und weißt du, wie sich das total gut darstellen lässt? Erinnerst du dich an die ersten Suchmaschinen? Damals, in den 80er, 90er, MetaGare und wie sie alle hießen? Das ist mittlerweile, was damals geleistet wurde, auf einem heute technisch so niedrigen Niveau, dass du ohne Probleme deine eigene Suchmaschine betreiben kannst. Mehr dazu in einer der nächsten Folgen. Ich wollte gerade sagen, da müsste ich aber erst noch ein bisschen bei All Featured Welcome reinhören, um das zu können. Sag mal, darf ich dich mal so auf einer Meta-Ebene von der Seite anquatschen? Auf der Meta-Ebene? Auf der Meta-Ebene. So von Podcastender Mensch zu Podcastender Mensch. Es gibt eine Sache, da habe ich noch nie wirklich meinen Frieden mit gemacht. Und ich habe das Gefühl, du kannst mir da weiterhelfen. Ich bin ja quasi durch Zufall in den Bereich Podcasting reingestolpert. So halb zog sie ihn, halb sank er hin. Wenn wir an unseren eigenen Rechnern jeweils in unseren Studios sitzen und wir fallen uns gegenseitig ins Wort. Was ist da eigentlich der Modus operandi? Am Anfang habe ich gemerkt, jeder hört auf zu sprechen und dann fangen beide wieder an und dann hören beide wieder auf zu sprechen. Und irgendwann habe ich mir einfach gedacht, so nach dem Motto, ist es leichter um Verzeihung zu bitten als um Erlaubnis, habe ich mir angewöhnt, ich quatsche durch. Ich habe das Gefühl, das machen wir beide. Täusche ich mich? Das ist in der Tat, das kann durchaus sein, dass ich inzwischen auch zu dem etwas kühneren Konzept greife und einfach mal weiterrede in der Hoffnung, dass ich mich einfach durchsetze. Das ist mir vor allen Dingen in den letzten zwei oder drei Ausgaben aufgefallen, wo wir irgendwie durch den Gast bedingt etwas mehr Latenz hatten als in üblicher Weise. Da gab es tatsächlich so Phasen Kopf-an-Kopf-Rennen sozusagen und keiner hat aufgehört. Was blöd ist einfach. Also ich mag es nicht, aber tatsächlich ist dieses Ansetzen, eine Silbe sagen, innehalten, dann wieder die nächste Silbe sagen, bringt einen ja auch nicht weiter. Also dann ist wahrscheinlich die nach vorne orientierte Vorgehensweise vielleicht doch sinnvoller. Nur wenn ich halt denke, nach zwei, drei Sätzen merke, mein Gegenüber redet auch immer noch, dann höre ich vielleicht dann doch mal auf. Okay. Aber ich bin nicht der Erste, der das Problem hat, weil ganz ehrlich, wobei ganz ehrlich, mittlerweile weiß ich ja, wie es dann am Ende gelöst wird. Seit ich die Folgen schneide, passiert das viel weniger, indem was rauskommt. Aber ich dachte wirklich, da gibt es irgendwie, keine Ahnung. Eine Etikette oder so? Ja, sowas in der Art. Also mir nicht bekannt. Nach Dienstalter oder der Gleis. Ja. Okay. Vor allem, also interessanterweise ist es ja hinterher im Zusammenschnitt, ist es ja gar nicht schlimm. Dann reden halt zwei Leute gleichzeitig. Das kannst du am Lagerfeuer auch erleben, dass dann zwei Leute gleichzeitig reden. Und der dritte kann trotzdem beide gleichzeitig wahrnehmen. Ich selber habe ein Problem damit, wenn ich rede und mich im Monitorsignal auf den Kopfhörer und gleichzeitig redet mein Gegenüber, dann, ich empfinde es aktuell, wenn wir das hier machen, schlimmer als hinterher in der fertigen Konserve. Da ist es dann gar nicht mehr so wild. Vor allem haben wir zwei Leute miteinander gleichzeitig geredet. Kommt dauernd vor im Kollegenkreis oder so. Da ist ja auch kein gesittetes Nacheinander. Was man jetzt zum Beispiel bei den Videokonferenzen erlebt, finde ich sehr, sehr disziplinierend. Und zum Beispiel die Erkenntnis, dass so ein Videokonferenzsystem gar nicht in der Lage ist, mehr Spur anzubieten. Sondern man hört tatsächlich immer nur einen. Und wenn zwei gleichzeitig redet, dann hört man zehn Sekunden von dem einen und fünf Sekunden von dem anderen und dann wieder fünf Sekunden von dem ersten und so weiter. Totaler Müll. Und da fangen die Leute schon selber an, sich quasi zu melden. Sie bekommen ihre Zeit, das Wort zu erteilen. Und das macht mir als Teilnehmer es auch viel einfacher, überhaupt mitzukommen. Ich kann nicht sehr gut ertragen. Wir haben das damals den Talking Stick genannt und es war dein tatsächlicher Stock. Ja. Aber es führte am Ende nicht zu einer besseren Gesprächskultur, sondern mehr so, gib mir das Teil, gib mir das Teil. Jetzt ich. Du hast das schon viel länger. Ja. Ja, genau. Noch eine Frage hätte ich an dich. Lebst du schon immer im Ruhrgebiet oder bist du ein Zugereister? Ich erblickte das Licht, ich erblickte den Ruß des Ruhrgebiets tatsächlich in der Stadt, schönen Stadt Hagen, am Rande des Ruhrgebiets. Wie es so schon heißt, das Tor zum Sauerland und wir halten es zu seit 1800. Ich bin hier aufgewachsen. Ja, okay. Ich muss auch gestehen, so diese halbwegs elaborierte Sprechweise ist hart antrainiert. Tatsächlich ist mir das Ruhrpott-Sprech deutlich näher. Also ich bin ein großer Fan von so Audioproduktionen wie Alliterationen am Arsch, wo ich es super finde, dass Leute, die progressive Ansichten haben, das auf einer Weise kommunizieren, die aus der Bubble rauskommt. Und ich habe da die Tage bei uns mit der Judith mal drüber gesprochen und sie sagt, ja, aber muss das denn wirklich sein? Weil vieles davon ist auch wirklich extrem unter der Gürtellinie. Und ich sage, ich glaube ja, ich glaube, man erreicht sonst nur die Leute, also nur Preaching to the Choir, Choir? Die ist gar nicht, die ist sowieso schon auf der eigenen Seite stand und ich bin da sehr froh und dankbar, dass das Ruhrgebiet es sich bewahrt hat, diesen Charme von hier wirst du halt beleidigt, aber wir meinen es nicht böse. So diesen Horst-Evers-Effekt. So, wo geht es denn hin? Was willst du denn da? Da willst du gar nicht hin. Ich sage dir jetzt mal, wo du hin willst. Ja, ja. Was viel Schönes? Ja, man muss es aber auch nehmen können. Also ich verstehe tatsächlich sehr gut Menschen, die da jetzt sehr irritiert sind. Also wenn jemand zu dir kommt und sagt, na du Dreckschippengesicht, siehst aber heute gut aus. Lecker, die Kleiste. Ja, so. Dann ist das herzlich und freundlich gemeint, aber es fängt mit einer Beleidigung an. Und dann, dass das jemanden, der das jetzt nicht so von Kindheit an kennt, dass der da vielleicht oder die vielleicht da sehr irritiert ist. Also ich bin an den Rand des Sauerlands gezogen, aus Hattingen heraus oder Hattingen Dortmund und dann bin ich jetzt hier am Rand des Sauerlands. Ich muss nur einmal über die Brücke, dann bin ich im Sauerland. Ich bin aber jetzt hier noch im Ruhrgebiet. Das ist auch sehr angenehm zu wissen. Aber ich habe schon erlebt, dass genau einmal über die Brücke gehen, reden die Menschen ein bisschen anders. Das ist wirklich interessant. Und diese raube Herzlichkeit, die ja auch viel, viel lokales Kolorid hat oder so, die muss man auch irgendwie ertragen können. Also ein schönes Beispiel war mal im Kohlenpodcast von dem Christian. Da war er, glaube ich, mit Nikolaus Wörl auf Radtour und dann haben die irgendwo in einem Café oder in einem Restaurant oder was weiß ich, Kneipe oder so, draußen im Biergarten gesessen und wollten ihr Erlebnis noch so ein bisschen nachbesprechen und dann quatscht sie einfach so vom Nebentisch einer ins Mikrofon. So richtig Ruhrpott, wie er leibt und lebt. Das war wirklich faszinierend. Ich bin ja auch eher so ein zurückhaltender Typ. Da werden jetzt viele lachen. Okay, aber ich mag nicht, dass sie mit Menschen so gerne so nahe kommen. Also ich habe wirklich sehr gerne 1,50 Meter Abstand oder auch 2 Meter. Ich finde das jetzt gar nicht so schlimm im Moment, was das angeht jedenfalls. Also wenn ich mich mal gut fühlen möchte, dann suche ich mir irgendwelche Rabbit-Holes auf YouTube raus, wo Leute, so Expats berichten, sie sind nach Deutschland gezogen und erzählen quasi für zu Hause, wie läuft es denn hier so. Und ein wiederkehrendes Element ist halt immer so, der Deutsche oder die Deutsche Ahnung für sich. Je nachdem, aus welchem Land man ursprünglich kam, sticht das mal mehr, mal weniger raus, haben wir eine unglaublich direkte Art. Und es gibt halt Länder offenbar, ich war noch nicht da, aber sie erzählen davon, wo so ein paar Sachen einfach ein komplettes No-Go sind, einem Dienst Älteren zu widersprechen. Oder wo diese Höflichkeitsfloskeln so, hi, how are you? Wenn du das hier in Deutschland jemanden fragst, dann nimm dir besser Zeit mit, weil der wird es dir erzählen. Naja, wir sagen auch gerne muss. Na, wie geht es? Muss. Ja, bei Leuten, das wir kennen. Ja, oder entweder sagt er muss, oder du setzt dich wirklich zwei Stunden hin und musst dir erstmal anhören, was in der letzten Woche passiert ist alles. Also, wir hatten vor einer Weile mal die Situation, Besuch aus den USA, familiärer Besuch kam vorbei und brachte drei originäre Amerikaner aus den Südstaaten mit. Die sprachen kein Deutsch, die hatten keinen großartigen Bezug zu der Kultur hier, die besuchten halt quasi nur als Anhängsel des Schwagersbruders, keine Ahnung, das Land. Und es dauerte wirklich nicht lange, bis aus Smalltalk am Grilltisch die Diskussion über Trump rauskam und warum die eigentlich alle Rassisten sind in den USA. Und die Person da so, ja, versuchte noch so ein bisschen, es gibt ja so diesen unglaublichen Habitus des höflichen Auseinandergehens, so das Gesichtwahrend, den anderen die Möglichkeit geben, aus einem Gespräch rauszukommen, ohne sich total niedergemacht zu haben. zu fühlen. Und dann gibt's Leute aus dem Ruhrbott. Und als die Gegenseite dann sowas sagte, so quasi let's agree to disagree oder dann gibt's so dieses Gesprächsangebot, okay, du hast sehr viel mehr darüber nachgedacht, aber ich im Gegenzug habe dann halt irgendwie so gelebte Realität oder sonst irgendwas. Das war so das Friedensangebot und die Antwort war, nein, das diskutieren wir jetzt aus. Und das ist das Geile. Hinterher war die Wahrnehmung des Gesprächs eine völlig andere. Während die eine quasi diesen kompletten Kontinent von ihrer Reiseliste mit dem Federstrich runtergestrichen hat, dachte die andere Person, war doch ein schönes Gespräch. Ich liebe es hier im Ruhrgebiet. Ohne Scheiß. Das ist natürlich schön zu hören. Das ist gut. Ja. Also, ja, egal. Ich könnte mich jetzt in der Anekdoten verstricken, aber... Ja, ich gucke auf die Uhr. Ich habe ja gesagt, wir wollen später 4 Stunden 40. 4 Stunden 40. Ja. Also, ich habe eine Umfrage auf Twitter gestartet. Ein Podcast endet offiziell erst mit der letzten Tonspur und solange hier Audacity liefst, läuft... Nein, ist alles gut. Ja. Mit der letzten Minute. Ein Podcast endet immer erst mit der letzten Minute. Da würde ich sogar bei der Umfrage Ja antworten. Das kriege ich hin. Eine Frage an dich noch. Wir machen hier jetzt alle 14 Tage Donnerstagsabends den Sendegarten und manchmal ist es ein bisschen schwierig, sich dann so zu konzentrieren, zu sammeln und zu sagen, okay, jetzt machen wir das. Manchmal schleicht sich auch so ein bisschen der Gedanke ein, boah, also freiwillig, wenn ich nicht verabredet wäre, müsste ich das nicht haben. Also Donnerstagsabends ist manchmal schon nicht so einfach, aber jede Woche sonntags morgens, das stelle ich mir ja fast unmöglich vor, wie um Himmels Willen schaffst du es, dich jeden Sonntagmorgen zu motivieren? Schaffe ich doch gar nicht. Okay. Also jeder sucht sich ja so seine Nische, die noch unbesetzt ist und ich habe mir nicht diese ausgesucht. Es gab diesen Podcast bereits mit 41 Episoden, bevor ich dazu gestoßen bin, aber wie gesagt, ich stehe ja relativ früh auf, also für mich ist das nicht so früh. Und ganz ehrlich, ich war mit dieser Nische sehr glücklich. Schön. Bis Holgi kam und mit irgendeinem seiner Gesprächssegmente sich gedacht hat, also wir beginnen jeden Sonntag um 11 Uhr CT, also elfisch, die Episode und eine ganze Zeit lang hatte er sein Format auf Sonntag 12 Uhr gelegt und man konnte sich damals bei Xenim, als wo wir gestreamt haben, ja auch noch irgendwie anzeigen lassen, wie viele Leute hören gerade live zu und dann konntest du wirklich so die Uhr danach stellen. Ah, guck mal, muss 12 Uhr sein. Also alle abgesprungen dann, ja. Also motivieren ist einfach, ich habe unglaublich gute Podcast Partner und eine Partnerin. Es macht unglaublich Spaß und ganz ehrlich, wenn wir aufhören würden, das aufzuzeichnen und zu veröffentlichen, davon abgesehen, dass wir dann irgendwie an uns die Bude einrennt, ich würde das so weitermachen. Also wer das Format nicht kennt, also wie gesagt, die obskuren Nachrichten der letzten Woche, aber vorher quatschen wir ungefähr eine Stunde einfach nur so zwischen uns und mit uns und mit Leuten im Live-Chat. Wir haben das mal euphemistisch mal als Pre-Show bezeichnet, aber eigentlich ist das wirklich nur so fast schon wie so ein Stammtisch und du hast Sonntag morgens, wir haben eine relativ hohe Konstanz der Live-Hörer, die sich dann auch im Chat beteiligen. Also ich, I love you to bit, es macht wirklich unglaublich Spaß, sich da sonntags einzuwählen und die Leute zu sehen und wir quatschen, wer nicht gerade spricht, betrollt den Sprecher oder die Sprecherin traditionell, indem er mit den Hörern fraternisiert und sich darüber lustig macht, was gerade erzählt wird. Das Einzige, was in letzter Zeit wirklich so ein bisschen einen Schatten auf dieses sonnige Ereignis wirft, ist, wir greifen ja notgedrungen auf Nachrichten zurück und in der Theorie irgendwo haben wir glaube ich mal hingeschrieben, dass wir das zu Unterhaltungszwecken machen, was wir da machen. Es ist einfach alles so schrecklich geworden. Also ich, eine Zeit lang haben wir noch gesagt, wollen wir mal gucken, dass wir vielleicht so ein bisschen Eskapismus betreiben und lass uns mal überhaupt keine Themen reinnehmen, die irgendwas mit Covid-19 zu tun haben. Achso, ich dachte, Trump, es gab doch mal die Absicht keinen Trump, ne? Ich habe eine schwere Schuld auf mich geladen, ich wollte die Episode vor der Wahl zu Trump pre-Trump nennen. Wir haben so einen Wettpool bei uns, wir wetten quasi Gummipunkte auf verschiedene Ereignisse und wir mussten aufhören, weil wir haben immer auf irgendwas gewettet, wo wir gehofft haben, dass es im Wesentlichen nicht eintritt. Also die Mehrheit von uns hat irgendwie gedacht, der Brexit wird nie passieren, Trump wird nie gewählt und noch andere Sachen. Und irgendwann kommst du halt nicht drum rum zu sagen, was ist, wenn ich es bin? Was ist, wenn diese Wetten verflucht sind? Und seit Trump gewählt wurde oder seit der Brexit beschlossen wurde, eins von beiden, haben wir diesen Punktepool einfach mit der Kneifzange nicht mehr angefasst. Wenn die Welt untergeht, dann soll nicht mein Fingerabdruck drauf sein. Du hast es herbeigeredet, wie die Oma sagte. Du hast es herbeigeredet, ja. Aber das klingt so ein bisschen, also einer redet und alle anderen machen sich drüber lustig, das klingt schon so ein bisschen nach so Gottesdienst, sonntags morgens, irgendwie. Ach du, ich habe Gottesdienste gesehen, wo wir vielleicht mit einem ähnlichen Erlebnis rausgegangen wären. ich hatte mal, wie gesagt, dieser Arbeitskreis für Heiden, in dem ich Mitglied war, da gab es gute Freunde und ich habe mich ab und zu auch so mit denen getroffen. Einer besuchte mich mal hier im Ruhrgebiet und eine gemeinsame Freundin, irgend so eine Erweckungsgemeinde in Bochum war das, lud dann ein, dass wir die beiden Heiden sie doch einfach mal zu einem Gottesdienst begleiten. Also so Momente, wo du jeden Augenblick damit rechnest, dass einer mit einer Gießkanne kommt und dich nochmal Not tauft oder sowas. Wir sind da hingegangen. Ich kannte ja schon, ich wusste ja ungefähr, wie breit das Spektrum der Leute ist, die einem da unterkommen können. Er nicht. Der kam aus Bayern, der war Katholizismus gewohnt und damit kam er klar, aber wie gesagt, da tickten die Uhren anders. Und ich weiß, wir kamen da rein, setzten uns in die letzte Reihe, so einfach nur so, wir gucken uns das an, da ging so ein Plattenbau eingeschossig, irgendwie zweckentfremdet und plötzlich kam so ein verhuschtes Männchen mit Buckel auf uns zugehumpelt mit einer silbernen, einem silbernen Blech hielt es ihm unter die Nase und sagte, hier, iss den Leib Jesu und trink sein Blut in Liebe, Bruder. Und der Typ kletterte so mit den Schultern, einfach den Stuhl nach hinten hoch, wollte nur noch weg. Ja, kann ich verstehen. Und da sind wir da rausmarschiert und warteten halt noch auf die Freundin, die dann irgendwann auch rauskommen sollte und vor dem Raum, in dem die Predigt oder was immer das, keine Ahnung, stattfand, gab es so einen kleinen Aufenthaltsraum für die Kinder, die irgendwie bespaßt oder beruhigt werden sollten, damit sie da drinnen nicht groß anfangen zu heulen oder dergleichen. Und die hatten so eine kleine Spiellandschaft und es gab da ein Regal mit Spielen und ganz oben lag das Spiel, ich weiß den Namen nicht mehr, aber die Tagline da drunter war, keine Ahnung, Schafherde oder so, sei das, wer wird das volksamste Schaf der Herde oder so. Wow! Ja, ja, klar. Womit ich mich echt mal gut verstanden habe, war tatsächlich ein katholischer Priester. Also es gibt mehrere Anekdoten, ich erzählen kann, aber sinngemäß, ich war mal mit einer katholischen Religionslehrerin so ein bisschen spazieren und sie wusste, wo ich ungefähr stehe, ich wusste, wo sie steht, wir haben uns super verstanden und sind in eine katholische Kirche reingelaufen und da gibt es halt diese Beichtstühle, die Älteren werden sich erinnern und obwohl sie Religionslehrerin ist, ich frug sie dann, sag mal, wenn da ein Typ zur Beichte geht oder eine Typin, warum hat dieser Kasten eigentlich zwei Kabinen? Es wird ja nicht die Situation auftauchen, dass entweder in beiden jemand drin ist und beide erzählen oder der eine ist quasi auf der Wartebank da drin und sie so, du ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Und dann bin ich halt da hingegangen, hab angeklopft und der Typ war tatsächlich drin und der fiel so ein bisschen die Kinnlade runter. Das ist dieses komische, ich weiß nicht, ob es ein Sakrament der Beichte ist, aber so die Vorstellung, einfach da hinzugehen, anzuklopfen und nachzufragen, war ihr so fremd in dem Augenblick? Übrigens, ich weiß nicht, ob du die Antwort weißt, aber ich weiß sie. Möchtest, soll ich es erzählen, warum da zwei Kabinen sind? Ich hätte jetzt die Erinnerung, die dunkle Erinnerung, dass auf der einen Seite quasi ein, also da kann man sich sehen, da kann also Sichtkontakt sozusagen hergestellt werden und auf der anderen Seite ist irgendwie dieser Sichtkontakt weg. Da kann man quasi anonym seine Beichte abliegen. Das wäre meine Erklärung. Wie ist denn deine? Also die Erklärung, die uns der Pastor an der Stelle gegeben hat, war, man beichtet ja in so einem gedrückten Tonfall. Also da ist ja keiner und erzählt irgendwie so in prahlerischer Stimme, so dass es das halbe Kirchenschiff hören kann. Man flüstert sich das so quasi von berufenem Mund zu berufenem Ohr zu. Das heißt, der Typ in der Mitte, im Beichtstuhl, verbringt einen Großteil der Zeit da drin so in geneigter Haltung. Aber der Platz, auf dem er sitzt, ist halt nur in eine Richtung ausgerichtet. Die wechseln die Seite, um nicht nur eine Seite zu belasten, wenn sie sich vorbeugen. Aha, okay. Also aus Arbeitsplatz-ergonomischen Gründen hat man schon vor 2000 oder sagen wir mal vor 1000 Jahren so weit gedacht. das ist ja mal, also das ist ja das Problem gab es ja damals auch schon. also von daher. Ja, das wäre ein verschneichter Verein. Haha, gar nicht. Ja, vielleicht war es früher links, Männer, rechts, keine Ahnung. Ich hatte doch mal gesagt heute, dass ich noch einen Attentat auf dich vorhabe. Ja, ich dachte, das wäre schon gewesen. Ich fühlte mich schon attentiert. Na gut, dann machen wir. Ganz und gar nicht. Wir kommen nämlich langsam von der Gartenbarke runter, aber dann machen wir das als Finale Furioso. Vielleicht ist dann auch alles vorbei. Hier mal gucken, wie schlimm das jetzt wird. Ich hatte doch gesagt, dass die Manege der Dinge, von denen ich behaupten werde, das war schon immer so und muss auch so sein. Da gibt es mich noch eine Sache, die ich jetzt retrograd einfach in die Welt blasen möchte. Ich habe noch ein viertes Projekt. Lieber Martin. So sieht es aus. Wie? Wir nähern uns ja der Gesetzesgebung, die sich aus dieser Artikel 17 Urheberrechtsnovelle ergibt. Die Älteren werden sich erinnern. Also diese komische Verstärkung des Urheberrechts und was damit einhergeht. Ich plane ein Projekt, wo ich einen kleinen Kader von Menschen gerne dabei hätte, die Erfahrung haben mit Moderation, Interview und bereit sind oder willens sich vorstellen könnten, das anderen Leuten näher zu tragen. Witzig. Ich bin letztens schon zweimal gefragt worden in ähnlicher Art und Weise und ich, also wenn du jetzt, wenn die Frage an mich gerichtet ist, was ich vermute, weil wir die ganze Zeit miteinander reden, ich weiß ja gar nicht, was ich hier tue. Es funktioniert halt irgendwie und das ist immer schwierig, dann anderen Leuten zu erklären, was denn dieses ist, was man selber nicht weiß, was es ist. Aber du würdest doch wahrscheinlich so weit gehen zu sagen, wenn du hörst, was jemand produziert, also wir haben ja mittlerweile alle diverse Superkräfte über das Podcasting erhalten, wir können zum Beispiel Audioschnitt hören, das geht dir doch auch so? Na, wenn Sebastian geschnitten hat, nicht, nein, 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 Man hört, wenn die Stimmung kippt oder plötzlich irgendwo ein kalter Ansatz ist oder nicht kalt, aber ja, die Veränderung der Atmosphäre, der sprechenden Atmosphäre, also da, ja, das kann man schon, wenn es nicht wirklich sehr gut gemacht ist, dann kann man das mal hören. Ich würde quasi gerne sowas wie einen ständigen Workshop aufsetzen, so eine Plattform, die zwei Ziele verfolgt, nämlich einmal Leute, Menschen für Ersatz journalistische Tätigkeiten so weit fit machen, dass man sagt, okay, wenn wir dir einen Interviewpartner oder einen Interviewpartnerin geben und die Ausrüstung, dann vermitteln wir auch das Selbstbewusstsein und im Zweifel auch die Kenntnis sozusagen, okay, ich mache das jetzt. Was sind so No-Gos? Was frage ich auf keinen Fall? Wie steuere ich ein Gespräch? Wie hole ich jemanden wieder zurück? Und dergleichen. Man könnte das an der Stelle dann halt auch so machen, je mehr Audio-Material man sammelt, also wir könnten uns gegenseitig interviewen, wir könnten uns Experten da reinsuchen, die wir einfach mal vor das Mikro zerren, dass man danach sowas macht, okay, und hier ist das Rohmaterial und jetzt schneit mal einen Beitrag dazu. Mach das mal irgendwie bühnenfertig, mach mal einen Einspieler dafür. Ich weiß, dass die Leute, dass es Leute da draußen gibt, die das sehr gut können, zum Teil dann auch gelernt haben, aber ich habe ja die Folge mit Holgi nachgehört, bei euch, der dann auch gesagt hat, er hat nie eine Sprecherausbildung oder dergleichen gemacht, er hat es halt einfach gemacht und mit der Zeit immer besser gemacht. Ich habe den Jörn auch schon diesbezüglich angesprochen, ich möchte seine Reaktion nicht als ein kategorisches Nein beschreiben, aber wie gesagt, ich plane da was und ich würde dich gerne mal informiert halten, wie denn da so die Entwicklung aussieht. Ja, ich akzeptiere jetzt hier und Ortstelle auch keinerlei Antwort, also du sollst jetzt nicht das Mikro auf die Brust gesetzt bekommen oder sowas. Aber zumindest Das Richtmikro ist auf mich gezielt. Ich habe schon den Laserpunkt zwischen den Augen davon wegen. Ja, du lachst. Mitfresslich habe ich überlegt, also dass das vielleicht ein bisschen ist, es ärgert mich immer wie Bolle, dass wenn ich irgendwo einen Fernseher einschalte oder eine Mediathek öffne und dann hast du da Leute sitzen, von denen ich genau weiß, ich alleine kenne Menschen, die da deutlich besser wären und deutlich weiter im Thema drin steckten, aber kein Schwein holt sich Podcaster auf die Bühne oder Podcasterinnen. Und da möchte ich ansetzen, mittelfristig, also quasi eine Grundlage dafür schaffen, dass man, wenn jemand wirklich auf die Bühne zitiert wird, wenn der Ruf ereilt, dann soll er irgendwie auch das Rüst, oder sie auch das Rüstzeug dazu mitbekommen haben. Und dein Name fiel mir dazu ein. Das ehrt mich und ich danke dir dafür sehr, bin aber skeptisch, ob ich das, ob ich das tatsächlich weitergeben könnte. Skeptisch. Ich kann es ja selber nicht in Worte kleiden. Ich glaube, die Hörenden hier könnten das, was ich irgendwie tue, sogar besser beschreiben als ich selber. Weil ich ja nicht weiß, was ich mache. Ich mache ja einfach aus dem Bauch heraus. Dafür habe ich ja so einen dicken Bauch. Da ist halt eine Menge drin. Ja, aber manchmal ist es einfach nur das Klopfen auf die Schultern und dieses gut, du bist bereit, raus hier, das man braucht. Die Seite habe ich schon reserviert, das Konversatorium. Ich wollte einfach nur diesen Namen endlich mal irgendwo verwursten. Sehr gut. und wenn ich da, ich werde auf jeden Fall ins Sendegate dann zeitnah auch einmal was dazu reinschreiben. Ich gehöre zu den Leuten, die machen alles mal auf den letzten Drücker und so eine Aktion wie jetzt hier die bei dir im Sendegarten ist dann auch so eine Form davon, mich selbst so weit unter Druck zu setzen. Jetzt hat er es gesagt, jetzt muss er es machen. Ja, muss er auch liefern, genau. Und wenn es die letzte Minute gäbe, würden viele Projekte niemals fertig. Wenn es die letzte Minute nicht gäbe, Herr im Himmel, wenn es die letzte Minute nicht gäbe, würden viele Projekte niemals fertig. Wohl wahr. So ist das. Schön, nehmen wir das als Schlusswort für die Gartenbank. Hast du jede Antatsidee jetzt durch? Und deine Bucketlist auch? Ich habe kein Knäckebrot mehr bekommen und ach ja, einen letzten Dank möchte ich noch loswerden an all die Leute, die über die Jahre mir nicht in die Fresse gehauen haben, ob meiner Stimme. Was? Ist doch super. Ich finde, ja, die ist fantastisch. Also kein Mensch auf der Welt hört seine eigene Stimme gerne in der Aufzeichnung und wenn ihr euch damit Gedanken schwanger tragt, selber Podcasts zu machen, macht das einfach. Ich persönlich, also ich möchte meine Stimme so beschreiben, wie andere sie beschrieben haben. Ich bekomme halbwegs regelmäßig Anfragen, fragen, ob ich Sachen einsprechen kann, wie alte ägyptische Göttinnen-Zeichnungen oder irgendwelche Controlling-Kennzeichen. Leute benutzen meine Stimme zum Einschlafen. Also, ich könnte durchaus verstehen, Hilfe! Also, ich könnte durchaus verstehen, wenn Leute sagen, warum zum Henker? Also, ich habe natürlich eine, die passende Stimme, du und ich für Podcast Power-User, die die Episoden auf zweieinhalb Wochen Geschwindigkeit hören, dann klingt es halbwegs normal. Aber trotzdem, ich danke euch, dass ich nicht dafür verprügelt würde, wie scheiße meine Stimme klingt. Danke. Zurück zu dir. Genau. Kommen wir von der Gartenbank runter langsam. Ich danke dir für diese vielen, vielen interessanten Einblicke in deine, in deinen Werken, in deine Persönlichkeit, also wie du die Welt so siehst und die Ideen, die du mit uns geteilt hast und auch für den, für das Engagement zu sagen, ich möchte weitergeben. Ich möchte, was du angesprochen hattest, diese digitale häusliche Gewalt, das ist ein richtiges, richtiges Problem und da, was auch immer man da machen kann und inwieweit man da helfen oder aufklären kann und so weiter, das sei ja mal dahingestellt. Ich weiß nicht, ob das jemand, der mit Technik so gar nichts zu tun hatte, dann tatsächlich verstehen kann und Hoffnung und Vertrauens gewinnen kann. Da bin ich ein bisschen skeptisch, aber heißt ja nicht, dass das nicht funktionieren kann. Aber überhaupt die Idee zu haben, zu sagen, an der Stelle ist Kompetenz wichtig und wir helfen, diese Kompetenz aufzubauen für alle, die, die damit was anfangen können. Das finde ich großartig. Das ist wirklich eine ganz tolle Idee. Also das muss ich nochmal besonders betonen. Das ist die All Features Welcome Idee der neue Podcast von drei Leuten aus dem Ruhrgebiet. Das wollen wir nochmal hier erinnern. So, Dankeschön, dass du davon erzählt hast und wir gehen jetzt weiter in der Sendung, kommen ins Querbeet und als alter gewiefter Sendegartenhörer weißt du ja, dass der Gast natürlich selbstverständlich gerne dabei bleiben soll und sich auch einmischen soll. Also du bist jetzt nicht zum Schweigen, verdammt, du kannst dich jederzeit einmischen in das, was jetzt noch im Weiteren erzählt wird. Kommen wir mal zum Querbeet. Jetzt muss ich direkt mal spingsen, wer denn diese Karte hier angelegt hat. Die ist überschrieben mit Coming Soon Publisher Plus. Publisher Plus. Ne, Publisher Plus. Wenn der Publisher Englisch ist, dann musst du das Wort Plus ja auch Englisch, wie auch immer. Sebastian, was hast du denn da gefunden? Ja, der Erik hat im Sendegate vorgestellt, ein neues Projekt, an dem er arbeitet. Also er ist ja unter anderem bekannt vom Publisher Publisher Projekt, dem WordPress Plugin und in seinem neuesten Projekt Publisher Plus geht es darum, quasi so eine Plattform wie Feedpress oder sowas zu ersetzen durch ein eigenes Produkt, das quasi den RSS-Feed nimmt und als Proxy ausliefert. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel mal irgendwie eine Episode, die beworben wird von einem größeren Podcast oder man hat irgendwo Social Media Effekt oder sowas und dann reicht der eigene Server gar nicht mehr aus, um diesen Feed vielleicht auszuliefern oder man möchte auch mehr Statistiken und setzt jetzt vielleicht nicht den Publisher selber ein, dann möchte er auf dieser Plattform diesen Service anbieten, das zu ermöglichen. Ja, das Ganze ist noch nicht erhältlich, deswegen coming soon und er würde sich auch so wie er schreibt über willige Beta-Testerinnen und mutige Freunden, dass sie sich bei ihm melden. Okay, also eine geschlossene Testerinnen-Gruppe will er da aufbauen. Genau. Preise zu dem Modell gibt es noch nicht, das wird da wahrscheinlich nach und nach irgendwann mal veröffentlicht. Man kann sich da in einem Newsletter eintragen auf der Seite, wenn man benachrichtigt werden will. Okay, tut sich ja im Moment eine ganze Menge in diesem Podlove-Universum, da scheint richtig Schwung reinzukommen. Ja, das ist doch erfreulich. Na ja, war ja lange Zeit relativ ruhig und jetzt, ich musste die Woche, musste ich lachen, ich weiß nicht, wer war das, der schrieb auf Twitter auch jemand, wer war das denn? Also jemand, der dann auch schon seit Jahren im Podcast-Land irgendwie unterwegs ist und dem man durchaus auch eine gewisse technische Kompetenz zutrauen kann, der verzweifelte auch irgendwie am neuen Podlove-Player irgendwie, also ich musste so ein bisschen schmunzeln und dachte, okay, genau das, was wir in der letzten Ausgabe mit dem Andi besprochen hatten, das hatte den da auch getroffen. Vermutlich ist er da auch dann irgendwie dahinter gekommen, was man da vielleicht tun muss, aber es war nochmal die Bestätigung dessen, dass das nicht ganz so ohne Knirschen abgelaufen war. Sehr nett. Okay, ja, das ist die technische Seite und es gibt natürlich auch noch eine Community-Seite, auch da bist du, Sebastian, nicht ganz ohne Einfluss an der Geschichte, ich rede vom Potsdok. Potsdok 2020, unser schönes Wochenend-Festival, wo wir kuscheln und also nicht so kuscheln, sondern wie nennt man das? Da gibt es doch ein Wort für Socialisen, keine Ahnung. Na gut. Einhörderknuddeln. Knuddeln. Kaputt flauschen. Was weiß ich. Wir kommen halt zusammen auf der grünen Wiese und man macht sich halt eine gute Zeit. Das ist unter Corona. Was? Flausch verteilen? So allgemeiner Podcast Flausch. Claudia ist da, hallo. Entschuldigung, du bist viel zu spät da sein. Nein, warum bist du zu spät? Du bist da, das ist super. Du bist doch da. Super. Ich kam genau zu deiner Pappschachtel mit Fotos. Ach, so lange bist du schon dabei? Ja, und ihr wart so fleißig am Reden und ich hab mir zweimal gedacht, eigentlich könnte ich da vielleicht was. Ach nö, die sind so schön dabei reden. Oh Mensch, der, Herr Zweikas hatte sich was für dich ausgedacht. Wir haben vorher schon über dich gesprochen und gesagt, wir reden jetzt so lange, bis es dir im Nacken kitzelt. Hat es bei dir mal gekribbelt? Ne, ich hab grad schon im Chat geschrieben. Ich war leider total abgelenkt, erst mit einem Vereinsmumble, also halt so einer Sprachkommunikationsinternetlösung, gefolgt direkt von Abendkurs. von daher war ich jetzt leider abgelenkt und hab das nicht mitgekriegt, aber ich hörte schon, es ging um Datenschutz-Dinge. Nicht so direkt, aber pass auf, wir machen jetzt erstmal weiter und wenn wir noch ein bisschen Zeit bis 11 Uhr haben, ich fühle mich heute auf die 11 Uhr so ein bisschen verpflichtet, weil ich muss Abbitte leisten, mein Zeitmanagement ist hier wirklich nicht so richtig gut und wenn wir dann noch ein paar Minuten vor zwölf, vor zwölf, jawohl, guten Tag, Freud steht hinter mir, vor 11 Uhr noch Zeit haben, dann kann doch der Herr Zweikas das nochmal mit dir oder dich da heranführen, ansonsten müssen wir das leider nach hinten raus fallen lassen. Das wird auf gar keinen Fall eskalieren. Ich bin gespannt, jetzt also schnell weiter. Also, wir einhörnern gegenseitig beim Podstock und im Jahr 2020 ist das unter Corona-Bedingungen jetzt nicht ganz so einfach. Erste Idee war, man lässt es ganz ausfallen. Zweite Idee war auch, ist doch eigentlich schade, das Wochenende ist ja eh schon im Kalender eingetragen, wir machen dort sowas und es gibt was. Sebastian, bring uns mal auf den neuesten Stand. Genau. Ja, wir wollen an dem Wochenende so eine kleinere Mordveranstaltung als Ersatz anbieten. Da gibt es dann so ein kleines Programm und zum Mitmachen kann man auch jetzt schon quasi Videos einreichen. Das vollständige Programm und mit den Teasern haben wir schon mal in unserem Podstock Podcast veröffentlicht. Da verweise ich jetzt einfach mal drauf, da kann man gut reinhören. hier noch mal der Hinweis, dass wir wahrscheinlich noch mal an der Erweiterung arbeiten des Programms. Das dauert aber noch ein paar Tage, bis wir da offiziell drüber sprechen können. Also da wird es noch mal eine Möglichkeit geben, wahrscheinlich sich noch mal intensiver auch am Samstag am Programm zu beteiligen. Ja, das war. In irgendeinem Podcast habe ich eine Wahrnehmung davon bekommen, dass du, also jemand hatte diese Podcast-Episode, wo Podstock 2020 beschrieben wird, gehört und sich sehr darüber gefreut, dich so lebendig und lustig reden zu hören. Du wärst im Sendegarten immer so ernst, aber in diesem Format hättest du richtig gelacht. Ich weiß nicht mehr, wer es gelesen ist, wer das gesagt hat. Jörn war das. Doch, Jörn, ne? Jörn Schar. Ja, okay. Den hatte ich nämlich gerade auch im Hinterkopf, aber irgendwie passte das nicht mehr zu meiner Erinnerung, aber er hat es halt doch gesagt. ist, das fand ich so schön. Also, das war in seinem eigenen, ne? Jörn Schar's Feiner Podcast. Ja, letzte Episode. Ja, 201. mit Frau zusammen, mit der Scharserella. Ja, ganz großartig, wie er das aufgefangen hat. Du hast es auch gehört, Lars? Ja, habe ich. Und, wie hast du es, hast du auch geschmunzelt? Ja, natürlich habe ich geschmunzelt. Bei solchen Äußerungen muss man schmunzeln. Wenn nicht, stimmt was nicht. Genau, hier stimmt ja alles. Ja gut, also, für alle Interessierten, die Episode ist direkt nach einem Planungstreffen entstanden. Da waren dann noch ein paar sprechbereite Leute und so klingt das auch. Also, recht lebendig, lustig und aber trotzdem informativ. Kann man nur empfehlen. Und, wer da Interesse hat, sich Podstock nach Hause zu holen, das ist ja der Vorteil dann im Remote. Man muss nirgendwo hin, keinen Aufwand treiben, sondern man kann sich dann das Ganze nach Hause holen. Ist ja vielleicht auch sogar ein bisschen komfortabel, das Ganze. Gut, dann kommen wir direkt mal zum Glückkalender, wo wir schon bei Ereignissen sind im Podcastland. Ja, so ganz allmählich lockert sich ja die Corona-Klammer und vielleicht passieren dann auch Dinge, doch, die vielleicht vorher nicht stattgefunden hätten oder dann doch in anderer Form. Was da so los ist im Podcastland, das hat der, ach, der Kalender. Nein, das hat der Lars zusammengetragen. Der Kalender-Fuzzi. Der Kalender-Fuzzi. Genau. Ja, also von Locker merkt man eigentlich in dem Sinne noch nicht viel, aber ich habe mich trotzdem mit dem Sendegeld mal eben umgesehen und habe auch noch so ein, zwei Pünktchen eben ergänzt. Das erste ist morgen und übermorgen, das heißt also 19. und 20. Juni, das ist wohl noch was für unsere Live-Hörerinnen und Hörer, da veranstaltet die Landesanstalt für Medien NRW das Audio-Camp. Das wird als Online-Barcamp stattfinden und richtet sich an Radioschaffende und Podcastende sowie an Fachleute aus Redaktion, Produktion und Distribution. Ein Link, der ist ein bisschen sperrig, kann man am besten im Sende-Gate nachlesen. Am 20. Juni gibt es dann ein Funheim, das findet online statt, nämlich auf dem TeamSpeak-Server der Pod-WG. Um 16. Um 16. Uhr geht es da ganz gemütlich los und ab 20. Uhr gibt es ein Thema, es geht dieses Mal um alternatives Wohnen. Mehr zum Funheim gibt es im Netz unter funheim.unterhaltungszimmer.de Dann gibt es am 16. Juli das Berlin Podcasting Meeting, äh, Meetup. Themen sind Storytelling, technische Ausrüstung, Tipps, Tricks und mehr. Das ist ein Online-Event, die URL gibt es in der entsprechenden Meetup-Gruppe. Dann habe ich weiterhin die Republika auf der Liste, da gibt es noch keine Absage, das heißt, im Moment steht da immer noch der Termin vom 10. bis zum 12. August im Raum. Da hat sich eigentlich an den Sachen nicht groß was geändert durch Corona, also es gab bis Ende August ein Verbot für Großveranstaltungen, das ist verlängert worden, da das aber sowieso bis Ende August galt, macht das keinen Unterschied, dass es noch länger geht. Die Republika hat sich noch nicht geäußert, es gibt aber einen relativ frischen Tweet von ich glaube vorgestern, da sagt man, dass man sich schon bald äußern möchte und man solle dafür die üblichen Kanäle im Auge behalten. Da muss man so einfach nochmal eben abwarten. Dann haben wir gerade schon gehört, das Potsdok vor Ort findet nicht statt, sondern es gibt eine Online-Veranstaltung, die kann uns ein bisschen übers Heimweh helfen. Am 15. und 16. August findet das statt. Infos gibt es unter Potsdok.de Am 22. August gibt es dann noch ein Funheim, wieder auf dem TeamSpeak-Server der PodWG. Wieder geht es um 16 Uhr gemütlich los, um 20 Uhr geht es dann um das Thema Flugzeuge. Hier sage ich nochmal die URL, das ist funheim.unterhaltungszimmer.de Und dann werfe ich nochmal ganz kurz einen Blick voraus zum Jahresende möglicherweise möglicherweise nicht. Es gibt einen Post vom CCC zum Thema 37C3 Der CCC gibt da bekannt, dass sich wahrscheinlich erst im Oktober entscheiden wird, ob dieses Jahr ein Kongress stattfindet, aber wenn er denn stattfindet, soll das wohl auf jeden Fall in Leipzig sein. Das ist die Zusammenfassung. Ansonsten am besten einmal eben diesen Post nachlesen. Im Termin-Wiki gibt es eben auch noch die URLs für alles, was so wichtig ist und Adressen und so weiter. Und es ist offen für weitere Einträge, da kann man also eigene Veranstaltungen nachtragen und dann tauchen die auch hier auf. So viel von mir. Dankeschön, du bist echt der beste Kalender-Fuzzi, den man sich vorstellen kann. Dankeschön, danke, dass du das immer so schön zusammenträgst und auch nachhackst. Nachhackst. Wie schön. Entschuldigung, das ist meine etwas komisches Liebe für Wortspiele. Ich mag das. Okay, dann kommen wir zu den Setzlingen. Tatsächlich habe ich heute zwei Setzlinge hier auf der Liste. Der eine ist über Twitter irgendwie bei mir gelandet und zwar und zwar ist das ein neues Angebot für Menschen, die sich mit Honig und Honigproduktion auseinandersetzen. Der Honigpot Podcast. Das sind Martin und Laura und sie schreiben in ihrer Selbstbeschreibung, der Honigpot ist ein Imkerei-Podcast, in dem wir über Aktuelles bei den Bienen sprechen. Der Podcast richtet sich an alle, die sich für Honigbienen, Imkerei und bestäubende Insekten allgemein interessieren. Hauptsächlich sprechen wir aber über Honigbienen und alles, was rund um den Bienenstand zu tun ist. Ich habe in der Vorbereitung jetzt leider keinen Ausschnitt rausgesucht, aber ich glaube, dass wir einfach mal für eine Minute oder so in die Nullnummer reinhören können, denn sie fangen damit an, dass sie erstmal einen anderen Bienen-Podcast loben. Das finde ich doch sehr, sehr schön. Herzlich Willkommen im Honigpott. Genau, herzlich willkommen im Honigpott. Ich bin Martin und ich bin Laura und wir möchten gerne über Bienen sprechen. Genau, und euch was über Bienen erzählen. Ja, und wo fangen wir an? Wir haben uns gedacht, dass wir mal einen Podcast machen möchten, denn es gibt noch gar nicht so viele Bienen-Podcasts. Es gibt einen in Österreich, den Bienengespräche-Podcast, den wir auch selber sehr gerne hören. Von Lothar Boden Bauer. Der gefällt mir sehr gut, ja. Ja, aber wir dachten, wir machen mal einen aus Deutschland, aus der Stadt. Wir sind nämlich im schönen Ruhrgebiet, deswegen auch im Bienen-Pott. Hä, Ich dachte im Honig-Pott. Äh, im Honig-Pott. Und Honig-Pott mit D oder Honig-Pott mit Doppel-T? Irgendwie beides, oder? Wir wollen einen regelmäßigen kurzen Podcast machen, so ich peile mal so eine halbe Stunde oder sowas an, nicht viel länger, das soll sich auch schnell weghören lassen. Genau, und dann sprechen wir darüber, was so am Bienenvolk zu tun ist, also je nachdem, wo wir gerade sind im Jahr, gibt es ja verschiedene Sachen, die am Bienenvolk zu tun sind, und darüber sprechen wir unter anderem. Ja, da haben wir einen ganz kleinen Einbrich bekommen, und naja, es ist wieder aus dem Ruhrpott, na, wenn das mal nicht hier als Mantra über der ganzen Sendung steht, das Ruhrgebiet. Also Martin und Laura, der Honig-Pott Podcast, und er schreibt sich in der URL tatsächlich mit Doppel-T Punkt EU, Honig-Pott Punkt Honig-Pott mit Doppel-T Punkt EU, und dann geht es da weiter. So, und der zweite Setzling, den hat Lars über einen Hörer mitbekommen, und den haben wir heute fast beinahe schon auch einmal erwähnt. Magst du ihn kurz nennen, Lars? Ja, da geht es um einen Podcast, der da heißt All Features Welcome und ja, CBUE, MAV und Aristocats aus dem C3RE, also dem Chaos-Treff Rettlinghausen, erzählen von Möglichkeiten und Erfahrungen, damit ihre eigene Infrastruktur zu betreiben und was es bedeutet, sich und anderen in einer Welt fortlaufender digitaler Abhängigkeiten selbst zu ermächtigen. Für weitere Sachen habe ich glaube ich einen besten Ansprechpartner hier. Ja, ja, ich habe schon gemerkt, ich musste zwischendurch einmal atmen. Ich habe diesen Feater reingesetzt und dann, okay, was brauchen wir jetzt in Beschreibung? Boah, ich kann das nicht. Ja, ja, ich glaube, wurde ja schon mal prominent erwähnt in einem Podcast, den ich auch höre. ja, ich würde ganz gerne vielleicht noch kurz die Jinx drauf ansprechen, aber ich weiß nicht, ob das das letzte Segment des Abends ist. Was habe ich denn gesagt? Darauf auch ansprechen? Mach doch. Der letzte Punkt auf meiner Bucketlist war ja irgendjemand von den Co-Moderatoren so out of the blue einfach ansprechen und dann gucken, wie lange es dauert, bis das Mikro angeht, das Strickzeug zur Seite fliegt. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das wird, mach mal zu Ende und wie gesagt, wenn dann Zeit übrig bleibt, dann würde ich nochmal mit Jinx kurz drüber sprechen wollen. Dann lassen wir euch im Separee alleine. Okay, okay, okay. Nein, lassen wir natürlich nicht. Wir bleiben alle dabei, wir wollen wissen, was passiert. Dann kommen wir erstmal zu den wahrscheinlich, also eigentlich den letzten Programmpunkten, aber vielleicht auch diesmal nur der vorletzte Programmpunkt, nämlich die Blütenschätze. Für alle, die noch nicht wissen, Blütenschätze sind Sachen, die uns einfach in der letzten Zeit aufgefallen sind, wo wir drüber gestolpert sind, was sie uns zum Lachen gebracht haben, zum Nachdenken gebracht haben, wo wir uns vielleicht drüber geärgert haben oder was auch immer. Also was wir jedenfalls im Internet entdeckt haben und darüber gerne andere informieren möchten, dass es dieses Angebot gibt. Das können Podcasts sein, müssen nicht zwingend Podcasts sein, aber natürlich, weil wir hier aus der Community kommen, sind es meistens Podcasts. Ich habe am Anfang gar nicht den Gast der heutigen Sendung darüber gefragt, ob er sich was mitgebracht hat, aber wenn er eine so große List von Themen dabei hat, könnte ich mir ja vorstellen, dass da auch der ein oder andere Blütenschatz notiert gewesen ist. Ist das so, Herr Zweikatz, hast du einen Blütenschatz für uns? Ich muss mich outen. Ich höre den Sendegarten in der Regel immer bis zu dem Punkt, bevor den Blütenschätzen. Was ist das? Das finde ich gut. Super. Ne, also gut, dann ist ja keine Pflicht. Ich wollte nur nicht unhöflich sein und dich übergehen, sozusagen. Frage ich einfach mal in die Runde, spontan. Also hier steht jetzt nichts, aber ich frage einfach mal spontan. Lars, hast du einen Blütenschatz? Ich bin dieses Mal ohne Blütenschatz in die Sendung gegangen. Okay. Sebastian, hast du einen? Ich passe auch. Auch. Claudia, bist du? Nee, ich habe heute nur mich mitgebracht. Entschuldigung. Dich mitgebracht. Wunderbar, ich finde das großartig. Dafür haben wir unsere Hörer. Wir haben ja beim letzten Mal einen Hörerblütenschatz hereingereicht bekommen, den ich vorgetragen habe und mich dabei schön geoutet habe, dass ich überhaupt nicht wusste, worum es eigentlich geht. Denn das Ding hieß 18 Jennifer, Newspaper. Und ich habe gedacht, was ist das, eine 18-jährige Jennifer, die irgendwie bei der Zeitung arbeitet oder was soll das sein? Ich habe mich total verhustelt. Das war ja die Zuschrift vom Mark, vom Amsterdam-Mark, letztes Mal. Und ich hatte schon mal letztes Mal gesagt, ich werde mir das nochmal angucken, damit ich das auch aufklären kann. Und das möchte ich jetzt hiermit gerne tun. Es ist eine Episode, eine Episode aus dem Podcast Everything is Alive. Und es ist die 18. Episode. Also es geht nicht darum, das Alter von Jennifer zu beschreiben, sondern es ist einfach die Episoden-Nummer. Episode 18, Jennifer Newspaper. Und was die da machen ist, dass sie, also sie, die Macher, das ist einmal der Jan Schillack und die Jennifer Mills, englischsprachiges Angebot, sie erwecken in jeder Episode einen Gegenstand zum Leben und lassen diesen Gegenstand dann einfach so erzählen, was er erlebt hat oder sie erlebt hat. Das sind Fantasiegeschichten. Kürz so irgendwie so um die 20 Minuten herum. Und diese Gegenstände, ich habe mal geguckt, es fing damit an, dass sie eine Cola-Dose, ja, also haben erzählen lassen, dann ein Laternenmast, ein Kopfkissen, ein Stück Seife, ein Aufzug, ein Zahn, ein Sandkorn, eine Gaslaterne und eben auch eine Newspaper. Also eine Zeitung. Was, was so eine Zeitung dann von einem speziellen Tag dann vielleicht alles so erlebt hat und es gibt dann irgendwie auch Anrufe und irgendwelche Dialoge dazu, also es ist so, ja, wird einfach so eine Geschichte erzählt. Übrigens ist auch ein Satellit dabei, also es wird auch die Geschichte eines, also ein Satellit erzählt aus einer Ich-Perspektive von seinem Leben im Weltall. Vielleicht ist das ja für den Lars ganz interessant. Naja, und in der 18. Episode ist das eben eine Zeitung und das ist die Auflösung zu diesem Titel, den ich beim letzten Mal nicht auflösen konnte. Der Titel ist eben Jennifer Newspaper in der Episode 18 vom everythingisalive.com Podcast. Und danke nochmal an den Amsterdam-Mark, den Mark, für diese Zuschrift und nochmal Entschuldigung dafür, dass ich das beim letzten Mal so vergeigt habe. Das war nicht, das war nicht hörerfreundlich, aber ich gelobe Besserung, wenn ich auch nicht weiß, wann ich das tun soll. Ich höre Luft holen, bitte. Ja, wo du gerade den Namen Mark sagst, da gibt es ja auch noch einen Mark aus dem Sendegarten und der lässt herzlich grüßen. Wollte ich nochmal eben einschieben. Auch wie nett, vielen Dank. Grüße auch zurück Dankeschön. an den Early Bird Mark. So, ich habe dann noch einen Blütenschatz mitgebracht. Eigentlich hätte ich so fast zwei, aber einen habe ich vorbereitet und da habe ich auch einen drei Minuten Ausschnitt gemacht, weil es einfach so schön ist, wie Nicolas Wörl einen kleinen Rand loslässt über oder gegen solche Menschen, die da meinen, einfach irgendwas nur stumpf kritisieren. Das wäre schon irgendwie eine tolle Leistung und womöglich sogar das, was man gemeinhin unter kreativem Handeln so versteht. Er hat das in der neuesten Methodisch-Inkorrekt- Ausgabe relativ am Anfang hat das ein bisschen ausgeholt, so ein bisschen getriggert durch eigene Erfahrungen, die er gemacht hat, die ihn offenbar sehr beeindruckt hat und er spricht aus der Perspektive eines Vaters, was gibt er seinem Sohn sozusagen mit auf den Weg. Drei Minuten, aber ich glaube, die lohne es sich hier einmal reinzuhören. Bitteschön. Ich bin ja, also als Vater denkst du ja manchmal auch so darüber nach, was willst du deinem Sohn mitgeben? Und ich glaube, eins der Dinge, die ich ihm versucht zu erklären ist, ich würde mich freuen, wenn du, egal was du machst, es ist mir völlig egal, was du machst, aber ich hätte gerne, dass du machst, also dass du irgendwas, dass du kreativ bist, dass du künstlerisch arbeitest oder dass du forschst oder also irgendeine Art von Erzeugen machen, also nicht Erzeugen im Sinne von kapitalistische Produkte zusammenschrauben, sondern irgendwas erschaffen und nicht nur konsumieren, also im Gegensatz zu konsumieren erschaffen, weil dieses, ich glaube, das ist, war für mein Leben halt toll, wenn man nicht nur auf der Konsumentenseite steht, sondern auch irgendwo mal anfängt, selber etwas zu machen, dann merkt man auch erstmal, wie schwer das ist, ich ärgere mich auch manchmal, wenn wir so Kommentare kriegen, wo dann so gesagt wird, mein Lieblings, mein Lieblingskommentar ist ja immer noch, ich weiß gar nicht mehr, ob das Republika war oder ob das mein erster Vortrag auf dem Kongress war, wo dann über Quantencomputer, wo dann am Ende, wo ich mir wirklich lange Gedanken gemacht habe, wie ich das didaktisch aufarbeite und mir Mühe gegeben habe bei allem und dann schreibt einer drunter, scheiß Englisch, ja danke, also es mag ja geprächtigte und okaye Kritik sein, aber dann sitze ich da immer und denke so, was hast du eigentlich schon in deinem Leben, also hast du schon mal aktiv irgendwas kreiert, hast du mal diesen Prozess durchlebt und durchlitten oder sitzt du nur im Internet, konsumierst und machst Daumen runter, so das finde ich ja Meckern geht immer schnell, ja genau, aber du musst einmal selber geschaffen haben, um zu verstehen, wie schwierig das sein kann und wie viel Herzblut da möglicherweise drin steckt und wo man auch einfach mal sagen muss, okay, ich schaffe es nicht 100%, das ist einfach nur 80%, damit du wertschätzen kannst, das hat alles unglaublich Zeit und Nerven und Energie kostet und dann denkt man vielleicht dreimal darüber nach, ob man mal eben so einen lockeren Daumen runter macht, weil ich es nicht perfekt ausgeleuchtet oder ich es nicht, also ich habe jetzt auch nichts gegen Kritik, ne, also das finde ich auch wichtig, aber ja, man sollte, man sollte nicht ganz vergessen, dass das auch immer anstrengend ist, irgendwas zu erzeugen. Ja, auf jeden Fall, also bin ich ganz bei dir, ich finde, ich finde das auch ätzend, wenn Leute, ne, überall immer erst mal das Haar in der Suppe suchen, anstatt irgendwie auch mal anzuerkennen, so ja, ist super, danke, kannst du übrigens noch XY verbessern. Ja, und ich habe manchmal das Gefühl, diese Leute, die dann das Haar finden und auch benennen, die glauben, das ist schon kreieren und erschaffen so, wenn ich, wenn ich nur jemanden anders kritisiere und sage, so könntest du es noch besser machen, dann bist du auch schon Erschaffer, Macher so, aber das ist nicht machen, das ist, das ist nur Rumnerven. Meckern. Sei denn, du schreibst eine fantastische Kritik oder gibst Hilfestellungen, dann ist das natürlich schon wieder was völlig anderes, aber einfach nur die Finger irgendwo in Wunden legen, ist nicht kreieren. Ja. Damit machst du die Welt nicht besser. Ja, braucht man gar nicht mehr viel dazu zu sagen. Wer es nochmal selber nachhören möchte, MINKORREKT Folge 168 Toffigkeit zum Streichen. Ein schöner Rand, fand ich. Ja. Okay. Und sowieso auch eine sehr gelungene Episode. Ja, schön rund irgendwie, fand ich auch. Ich habe sie glaube ich heute erst zu Ende gehört. Ich komme überhaupt nicht mehr viel zum Hören. Ich bin einfach schlecht informiert. Aber, achso, und das ist auch noch eine Bitte, das habe ich ganz vergessen zu sagen, bei den Setzlingen. Wir haben ja gelegentlich Zuschriften von Hörenden, die dann sagen, hier, mir ist etwas aufgefallen, das ist ein neues Angebot, könnt ihr das nicht vorstellen, sehr, sehr gerne. Also gerade dadurch, dass meine Aufmerksamkeit so ein kleines Pläßchen leidet unter zum Beispiel dienstlichen Dingen, wäre ich sehr froh, wenn die Rubrik Setzlinge nicht einfach immer nur so wegfällt, sondern da bitte ich sehr die Community, die Hörenden hier, um Beiträge und Hilfe. Also wenn jemand was Schönes gefunden hat, was gerade am Wachsen begriffen ist, was gerade eingepflanzt wurde, dann kann das auch gerne hier eingereicht werden und dann wird das hier auch veröffentlicht. Also warum wollen wir diese Community nicht auch einfach ein bisschen beteiligen? Das wäre doch sehr schön. So. Damit sind wir am Ende und wir haben noch zwölf Minuten bis elf Uhr. Da würde ich doch ganz gerne nochmal auf das zurückkommen, was wir zwischendurch besprochen hatten, wo unser Gast, der Herr Zweikatz, sagte, ach, das wäre jetzt ein Thema, was ich der Claudia gerne vorhalten würde und mal fragen würde. Hast du noch Lust dazu, das jetzt noch mal zu machen? Also wir können das machen. Das wäre jetzt nicht so, nicht unbedingt ein Vorhalten gewesen, sondern eins, wo ich einfach das Feedback super gefunden hätte, wenn die Möglichkeit bestanden hätte. Und zwar, ich hatte vor einer Weile schon mal mein Leid geklagt und Claudia hatte das mitbekommen. Ab und zu mache ich Schulungen im Bereich Datensicherheit. Und das ist so in kleinen Gruppen und nicht so auf eine Zertifizierung aus, sondern wirklich so, let's just talk, wie ist es denn wirklich? Und da habe ich immer das Problem, ich hatte mir überlegt, um die Leute so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, warum zum Henker sollte ich mir sowas angehören? Dass ich einmal so einen Fall durchexerziere, angenommen, wir haben so eine Situation, wie vorhin beschrieben, bei digitaler häuslicher Gewalt und irgendjemand will dir Übles oder an deine Daten und das ist diesmal nicht Google, Facebook, sondern es ist jemand, den du kennst. Und dann habe ich mir bisher immer überlegt, so einen Fall von, wir fangen an, das ist ein Bild in irgendeinem Forum, was kann ich anhand des Bildes rauskriegen, was kann ich mit dem Namen rauskriegen, was mache ich mit der E-Mail-Adresse und wie man sich dann immer so weiter in das digitale Leben dieser Person ranwanzen würde. Problem an der Geschichte ist, das ist ein schmaler Grad zwischen, ich zeige euch die Gefahr und gleichzeitig, wie sie zustande kommt und es ist halt auch eine Anleitung zum Creepy-Sein im Zweifel. Also meine Sorge war immer, was mache ich denn, wenn erst in dem Part des Kurses einer sich so ein Blatt schnappt und anfängt mitzuschreiben. Und weil wir ja jetzt dieses Betreibt eure eigene Infrastrukturprojekt parallel aufgezogen haben, hätte ich die Claudia gerne gefragt, ob sie vielleicht Ideen und Vorschläge, sie ist auch extrem bewandert in dem Bereich und ob sie da Ideen und Vorschläge hat, in welcher Reihenfolge man Leute, die eigentlich keine große Ambitionen haben, sich mit Technik auseinanderzusetzen, in kleineren Schritten daran führen kann, was sollte man als erstes tun und was ist der zweite Schritt, der dann leichter fällt. Gar nicht mal in dem Sinne, dass ich jetzt von dir aus dem Stehgreif eine Antwort haben wollte, aber ich wollte die Bühne nutzen. Was mir dazu direkt einfällt, ist, dass die Menschen, wenn ich mich jetzt recht erinnere, war das das tschechische ZERT. Die haben also ZERT, Computer Emergency Response Team eben für, ich glaube, es war eben Tschechien, die haben tatsächlich Geld in die Hand gekriegt und haben eine relativ große Kampagne gestartet, tatsächlich landesweit dann, somit hatten sie halt so Avatare erschaffen, so tatsächlich Figuren, die hatten dann auch Social Media Profile, man konnte mit denen halt schreiben, dies, das und jenes, es gab Plakate davon, es gab Fernsehspots, also wirklich so groß angelegt und dann haben die angefangen und sind in Schulungen reingegangen und haben Menschen quasi auf das Facebook-Profil dieser erdachten Charaktere gelassen und haben denen gesagt, okay, ihr habt jetzt eine Viertelstunde Zeit und jetzt guckt euch mal bitte hier auf diesem Facebook-Profil um, was ihr einfach alles an Informationen findet. Es gab dann auch Bonuspunkte für die Leute, die auf dem Foto von der einen Person dann halt irgendwie das Passwort hinten an der Pinnwand gefunden haben, all solche Sachen und dann haben sie gesagt, okay, wunderbar, Viertelstunde ist rum, jetzt habt ihr eine halbe Stunde schreibt eine Phishing-Mail an diese Person und während dieser halben Stunde Phishing-Mail schreiben ist fast allen total die Leuchte aufgegangen, fuck, das ist einfach einfach, so richtig einfach, dass den Leuten dann einfach mit den Informationen, die sie auf diesem, in dem Fall Fake-Facebook-Profil gefunden haben, dass sie denen halt so ziemlich alles verkaufen oder aus der Tasche ziehen konnten, was halt irgendwie ging und das ist meiner Meinung nach so ein sehr, ja, so ein Vorzeigeprojekt, wie man halt an solche Sachen rangehen kann. Es kommt halt immer darauf an, welchen Bereich du halt genau herzeigen willst, aber das ist, glaube ich, ein ganz netter Einstiegsbereich, weil es halt den Leuten auch klar macht, dass es halt keine völlig abstrakte Sache ist, was nur Leuten passiert, die beim Geheimdienst arbeiten oder Sonstiges, sondern das ist das, was wir alle von uns irgendwo in Social Media draußen haben. Und das kann einfach jeder machen mit den Infos, die halt draußen frei verfügbar im Netz sind. Und finde ich jetzt halt einen sehr schönen und sehr spannenden Ansatzpunkt, eben wenn es gerade darum geht, wenn die Leute halt noch so völlig unbeleckt an so ein Thema rangehen. Also vielleicht wäre das halt ein netter Startpunkt. Nehme ich mal so mit. Ansonsten ist alles, was mit Smartphone zu tun hat, natürlich auch immer super. Okay, alles notiert? Ja, ja. Also du weißt ja, wo du, glaube ich, erreichen kannst. Da war noch Luft holen. Da war noch Luft holen, nur wir haben sieben Minuten. Was ist die Folgefrage? Wie gesagt, wir haben ja so ein Projekt gestartet, wie wir Leute dazu animieren möchten, ihre eigene IT-Infrastruktur zu betreiben. Und das ist halt so ein Multivektor-Problem. Im Grunde gibt es keinen guten Punkt, wo man anfängt, ohne dass man andere Punkte auch schon gemacht haben müsste. Und weil für mich die intrinsische Motivation, was ist mit Fällen häuslicher digitaler Gewalt, vielleicht nicht unbedingt nur bei mir, sondern vielleicht auch im Umfeld, das ich kenne. Also wo möchte ich vielleicht einfach auch Infrastruktur jetzt schon in der Hand haben, für den Fall, dass ich sie später für andere brauchen würde. Was man da ideal, wo fängt man an? Also was ist irgendwie ein, soll ich den Mail-Server von anderen Leuten betreiben? Schwierig. Irgendwas, wo man Bilder hochlädt, wo ich sie dann vielleicht löschen kann, auch nicht so richtig sinnvoll. Mir fehlt im Augenblick ein guter Einstieg, um Leute in der Sensibilität abzuholen. Also an Lösungen, die man zur Hand haben könnte, sollte vielleicht, denke ich, bist eigentlich mit einer Nextcloud relativ gut dran. Also wenn man Leuten mitteilt, es gibt was anderes außer Google Drive, iCloud, whatever. Da ist jetzt die Frage halt, okay, selber hosten kann man machen. Also haben wir hier auch funktioniert. Es gibt halt auch gehostete Services für die Leute, die halt im ersten Schritt vielleicht auch nicht selber hosten können, weil gerade im Fall häuslicher Gewalt und da hast du es ja halt dann häufig auch immer erstmal mit Opferschutz zu tun und mit Leuten, die in erster Linie erst noch ganz andere Probleme haben, bevor sie dann zum technischen Problem kommen. Da gibt es eine ganz interessante Panel-Diskussion von der Privacy Week 2018 und 2019 hatten wir auch eine, jeweils genau zu dem Thema. Kann ich vielleicht den Link gleich nochmal in den Chat werfen, suche ich dann gleich raus. Oder vielleicht ist der Lars auch gerade flink, gibt es auf media.ccc.de beide. und wir haben nämlich das Problem und das war mir vorher auch nicht bewusst, wenn, das sind ja jetzt dann auch wirklich im deutlich überwiegenden Fall Frauen, also so deutlich über 80, ja 90 Prozent, wenn die sich dessen bewusst werden, dass zum Beispiel das Mobiltelefon überwacht ist, dass da eine Spyware drauf ist, dann ist das Problem, wenn sie das Ding wegwerfen, zurücksetzen, ja was auch immer, sich ein Neues holen, dass dann halt eine Ringabhängigkeit wieder ist, dass dann halt die häusliche Gewalt, also die physische, körperliche Gewalt zu Hause wieder steigt. Das heißt, du kannst zwar dein Telefon wegwerfen, wirst aber zu Hause geprügelt, weil eben der entsprechende Gegenpart halt seine Oberhand beibehalten will und das war halt diese Ringabhängigkeit, die war mir vorher auch nicht so bewusst, das heißt, da ist es halt ganz schwierig, dass du dann wirklich sagst, okay, wie kommt man da dann auch schrittweise und schrittchenweise raus, da ist es dann halt mit, wir setzen mal dein Telefon zurück und wir geben dir hier eine eigene Nextcloud und Stuff halt leider meistens auch nicht getan. Da ist halt auch Menschen hier vom Chaos Computer Club in Wien, die halt auch direkt mit den Frauenhäusern hier in der Stadt zusammenarbeiten, um da halt entsprechend Hilfestellung zu geben. Aber, also da, da hängt halt ein ganzes Teil mehr dran als, als nur in Anführungsstrichen Technik. Ich hatte halt die Hoffnung, ich habe die Hoffnung immer noch, dass, wenn man sich zu Zeiten, in denen man noch sich vorbereiten kann auf eine eventuelle Trennung, wie gesagt, entweder bei in der Eigenbeziehung oder in anderen, diese Zeit auch einfach nutzt, um so ein Ermächtigungsgefühl zu bekommen und auch aus diesem Ohnmachtsding raus, selbst wenn ich mein Telefon wechsle, selbst wenn ich die E-Mail wechsle, habe ich immer noch kein Sicherheitsgefühl, dass man sich das proaktiv vielleicht erarbeiten kann. Nextcloud steht früh bei uns auf der Liste und danach, wie gesagt, im Bereich IT-Infrastruktur, du kannst halt so viel aus so vielen Winkeln anfangen, dass man so ein bisschen diese Entscheidungsparalyse bekommt, was wir bei uns jetzt in welcher Reihenfolge abhandeln können. Was vielleicht auch noch ein ganz interessanter Teil ist, wie findet man Spyware auf Geräten? Das ist nämlich auch meistens gar nicht so ohne und da wäre es vielleicht auch interessant, das können nämlich eigentlich alle Leute machen, du findest den Krempel auch ganz normal im Netz, also keine Darknet-Suche, sondern ich bin da zufällig tatsächlich auch drauf gestoßen, als ich eigentlich nach ganz anderen Sachen gesucht hatte, nämlich Tracking-Apps, also ich für eine Talk-Vorbereitung halt suchte ich nach App und Tracking und du findest dann halt auch wirklich Webseiten mit einer Werbung, wo du halt eine Frau mit einem blauen Auge hast, die dann halt da irgendwo durch die Gegend geschleift wird und du siehst, was die Zielgruppe ist. Das ist keine Darknet-Seite, das findest du einfach mit jeder beliebigen Suchmaschine einfach frei im Netz verfügbar und dann siehst du halt so, ja okay, Google APK für jedes Android-Phone 150 Dollar im Vierteljahr. So, und das kannst du halt Leuten auch zeigen, die da vielleicht noch recht unbeleckt sind, um einfach klar zu machen, das ist so fucking einfach. Ja, ist halt auch noch eine Herangehensweise, wie du eben Menschen sensibilisieren kannst, als dass es eben wirklich auch jeden und jede treffen kann. Und gerade wenn halt so Geschenke kommen, guck mal Schatz, ein neues Smartphone für dich. Oder ganz schwierig, guck mal, ein neues Smartphone für die Kinder. Ja, ganz, ganz schwierig. Und da, da haben wir auch tatsächlich die letzten Jahre mehrere Sachen zu gemacht. Da hatten wir auch die Anne Roth vor Ort hier in Wien für Vorträge. Und da gibt's einige Talks halt auch, wo genau solche konkreten Beispiele dann halt auch gezeigt werden. Okay, schwieriges Thema, aber großes und weites Feld, wie ich jetzt aus den Erläuterungen von Claudia auch nochmal wahrnehme. Ich würde sagen, all features welcome, ja, aber Tracking und Überwachung, nein. Aus einer gewissen Perspektive sind das ja auch nur Features, aber vielleicht möchte man doch nicht all haben. Und wenn doch, möchte man zumindest der Admin sein. Genau, zu wissen, wo man dem Ganzen den Hahn abdrehen kann. Übrigens abdrehen, das ist ja ein Stichwort. Ich würde den Sendegarten noch für heute gerne an dieser Stelle beenden, wenn ich noch jemand was Dringendes zu sagen hat. Natürlich soll das nicht ungesagt bleiben, aber ich fühle mich im Moment ein bisschen herausgefordert, die Zeit im Auge zu behalten und das würde ich gerne in diesem Moment auch tun. Gibt's noch was ganz von mir nicht? Nein. Drei, zwei. Mal standardmäßig sagen, ich distanziere mich von meinen Aussagen, die selbst erst durch den Podcast bekannt wurden. Okay, ja wir werden nichts rausschneiden, aber du bist nicht verantwortlich für das, was du gesagt hast. Verantwortlich für das, was ihr gehört habt, seid ihr aber schon selber und ich danke damit allen Hörenden, die uns hier heute abends begleitet haben, bei der 104. Ausgabe vom Sendegarten. Zu Gast war der Herr Zweikatz oder Eristukatz oder Sunrain oder auch Thorsten genannt, also sucht euch aus, wie ihr ihn ansprechen wollt. Unter Herr Zweikatz fühlt er sich, glaube ich, sehr gut angesprochen und nicht nur der Dank geht an die Hörenden, dafür, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit geschenkt habt, sondern eben auch an den Gast der Sendung, der uns so schön von sich und seiner Sicht auf die Welt erzählt hat. Dankeschön, Herr Zweikatz. Ich danke, vielen Dank. So, und der Sendegarten ist natürlich nicht komplett, wenn nicht alle Sendegärtnerinnen und Sendegärtner da sind. Ich freue mich sehr, dass die Claudia ihren Weg noch hier hingefunden hat, das finde ich großartig, das war bestimmt ein anstrengender Abend und du hast trotzdem noch gesagt, ich setze mir das Headset auf und schalte mich nochmal rein. Vielen, vielen lieben Dank dafür, danke Claudia. Ja, danke, dass ich noch da sein durfte. Und wie immer danke ich natürlich auch den beiden Stützen, Säulen des Ganzen, ohne die ich mir das hier nicht vorstellen kann. Dankeschön, Sebastian. Ja, gerne. Und Dankeschön, Lars. Immer wieder gerne. Super. Und damit gehen wir in die Nacht. Vielen Dank auch allen, die hier im Chat mitgeschrieben haben. Heute war es nicht ganz so voll und nicht so aktiv, aber ich glaube, das lag vor allen Dingen an den interessanten Geschichten, die unser Gast erzählt hat, denn es ist immer dann viel los, wenn der Gast vielleicht nicht so interessant ist, oder? Nein. Das ist höchstens eine Korrelation, aber keine Kausalität oder wie auch immer die Wissenschaft das nennen würde. Egal, kommt gut in die Nacht und vielen Dank nochmal fürs Dasein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. 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 T bass.